Wollen wir mal versuchen, ob wir das noch können? Dann fangen wir jetzt an. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich. Eine neue Folge Cinecast. Hallo, mein Name ist ja Michael Leifert und ich begrüße euch im Mai, im Kino Mai, im Cinecast Mai und heute bin ich nicht alleine, nein, wir haben auch keinen Gast, nein, wir haben einen Heimkehrer, wir haben ein Homecoming. Homecoming. Nicht nur ein Spider-Man, sondern Henrik. Hi, na, wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Mir geht's auch gut, lange nicht gesehen. Ja, ich hoffe, du hast die Pause genossen. Ich habe, es ist viel passiert in der Pause und ich habe sie auch genossen, ja, aber ein bisschen habe ich den Cinecast auch vermisst. Ich bin froh, dass wir wieder hier sitzen in unserem kleinen Dachstudio und aufnehmen. Ich habe ein bisschen gebraucht heute, um alles wieder ans Fliegen zu kriegen. Ja. Hat noch alles ein bisschen gewackelt und ich übe noch, aber ich habe ja, die letzte Folge habe ich ja schon released, sozusagen, wo ich ja nicht dabei war. Die eine von zwei Cinecast-Folgen, in der ich nicht war. Ja, die erste und die. Nee, ganz genau. Komfort, mein Gott. Ja, kann passieren. Wir hatten ja eine, wir hatten ja eine Vertretung für dich. Habe ich gehört. Der Kai hat das doch ganz gut gemacht. Kai ist ja, wenn es einer im Cinecast als Vertretung kann, dann ist ja der Kai. So ist es, ganz genau. Ja. Ja, hast du denn in deiner freien Zeit, in Anführungsstrichen, ein paar Filme gucken können? Du, ich habe vor allem in den letzten Tagen und Wochen wieder angefangen, Filme zu gucken. In der Pause habe ich gerade am Anfang der Pause, so zum Jahreswechsel hin, hatte ich so ein bisschen so eine Medienabstinenz. Hat so ein bisschen, hatte so ein bisschen keinen Bock auf den ganzen Scheiß. So, und habe so ein bisschen was links liegen lassen. Und jetzt vor allem zum neuen Cinecast und so, nehme ich langsam wieder Fahrt auf. Und ja, ich habe natürlich ein bisschen was geguckt. Viel Kleinkram, selbstverständlich. Hier und da natürlich auch die üblichen Kanäle wieder bespielt. Und von der Liste von Filmen, die man eigentlich in letzter Zeit, auch im letzten Jahr vielleicht hätte noch sehen sollen, habe ich ein bisschen was aufgeholt. Und du warst sicherlich fleißiger als ich, was Filme und Serien angeht. Ja, ich war ja immer noch auf Bücher von Kai oder vom Simon für Stephen King, da bin ich noch nicht mit angefangen. Aber ja, doch, ich habe die letzte Zeit jetzt, wo das zweite Kind auch so die schlimmen Phasen oder in Anführungsstrichen schlimmen Phasen oder die anstrengenden Phasen überstanden hat, ist jetzt wieder mehr Luft auch regelmäßiger ins Kino zu gehen. Ich war zum Beispiel auch, was auch lange her war, jetzt mal wieder mit meiner Frau im Kino. Ja, ich hatte mich gewundert, als wir schrieben für diese Folge. Und ansonsten versuche ich es halt immer, ohne meine Frau irgendwie dazwischen zu quetschen, die Filme zu gucken. Aber das habe ich ja immer eigentlich ganz gut geschafft. Wobei, wie gesagt, jetzt ist einfach wieder ein bisschen mehr Luft. Wie ist denn, du hast aber normalerweise auch immer die Gelegenheiten im Kino, also beim Arbeiten dann im Kino genutzt. Ja, beim Arbeiten natürlich nicht. Nein, nein, also zu den Gelegenheiten. Klar, natürlich, richtig, genau. Deswegen, also ich habe ja immer wieder Filme gesehen. Deswegen konnte ich ja auch, für die es noch nicht wissen, ich habe ja noch jetzt mit dem Daniel zusammen so ein kleines Projekt, wo wir regelmäßig was aufnehmen, wo wir halt einen Film oder eine Serie im Fokus nehmen. Ein paar unserer Hörer werden davon gehört haben. Denke ich mal, die letzte Filmkritik auf der letzten, ne, die letzte Webseite.com, da könnt ihr das nachhören. Ansonsten, ja, habe ich jetzt zuletzt, da kommen wir sicherlich gleich noch, jetzt am Wochenende Frisch Guardians gesehen, den du ja auch gesehen hast. Da müssen wir dringend drüber reden. Das werden wir tun. Und ja, es kommt ja schon der nächste Knaller nach dem anderen. Ja, jetzt geht's los, ne? Ich bin auf Flug der Karibik gespannt, mittlerweile dann doch wieder ein bisschen gespannter, weil da gab's jetzt auch eine etwas längere Preview im Kino, oder weiß ich nicht, wie länger ist, glaube ich, relativ, drei, vier Minuten Clip. Picture Red. Ja, so ein Clip, ne? Hast du den auch gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ja, da können wir ja direkt mal drüber reden, das ist ja so losgelöst, das ist ja fast eine News, wo Chavé, ne, Chavé Badem, das so ein bisschen angeteast hat und dann gab's eine ganz amüsante, typische Flug der Karibik Szene mit Jack Sparrow. Ne, genau, nicht am Galgen, denn die Franzosen haben ja was Neues erfunden, eine Guillotine, oh, die nehm ich mal. Ja, ähm, und wo dann halt so alles ein bisschen eskaliert, er wieder hin und her fliegt und durch seine Schusseligkeit die Leute erledigt. Das war schon wieder ganz amüsant, die Dame sah sehr, sehr, sehr geil aus. Ja. Muss ich sagen, da haben sie wieder mal richtigen Eye-Candy hingesetzt. Und das macht ihr insgesamt auch einen sehr runden Eindruck, ne? Sie haben nicht zu viel verraten, haben trotzdem wieder schön, ähm, Hunger gemacht auf mehr Caribbean. Vor allem Orlando hat man im Trailer noch, äh, ja, in dem Teaser oder auch im Trailer noch nicht gesehen. Und so viel ich weiß, soll er ja wieder irgendwie dabei sein. Äh, ich hörte davon. Ja, deswegen, aber das finde ich ja gar nicht so verkehrt, man muss ja nicht alles im Trailer verheizen. Den Fehler haben ja schon genügend Filme gemacht. Das ist richtig. Trailer war auch noch auf unserer Themenliste, da müssen wir auch noch mal dann entsprechend, äh. Können wir direkt machen. Ja. Na, bevor wir in die Filme gehen, ähm, Trailer, natürlich der neuesten, Star-Wars-Trailer. Ne? Ah. Den haben wir, glaube ich, auch im letzten Cast noch nicht besprochen, weil er kurz danach auskam. Ähm, ja, was sagst du dazu? Was sag ich dazu? Ja. Was soll ich dazu sagen? Zum neuen Star-Wars. Ähm, also ich bin an sich erst mal wieder gehypt wie nix, ähm, also ist, äh, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber, obwohl es ja, wie man dann den, äh, den Medien entnehmen konnte, ähm, also auch exakt der gleiche Trailer, wie der, ähm, wie zu, ähm, zum letzten war. Ja, also auch exakt genauso geschnitten. Ja, ja, ähnlich, ja. Und, ähm, ich hab da später, es kam mir, es kam mir, ja, ähnlich, also die, die Side-by-Side-Bilder natürlich, ähm. Waren die denn auch richtig geschnitten? Ja. Ja. Sogar getaktet. Musst du dir mal angucken. Ja. Es gibt einiges an Side-by-Side-Zusammenschnitten im, im, im Internet, ähm. Meinst du, das ist dann irgendwie einfach nur Absicht gewesen, um, um zu trollen, oder meinst du, da steckt ein Kalkül hinter? Ich glaube, da steckt ein Kalkül hinter. Okay. Also zumindest der, der Trailer, ähm, Cutter hat sich dabei was gedacht, ob der Rest sich dabei was gedacht hat, weiß ich nicht. Es kam mir nur so, es kam mir am Anfang schon vom Rhythmus her sehr bekannt vor und dann später, ähm, als dann, äh, als dann alles hochkam, dazu. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ziemlich gehypt, um ehrlich zu sein. Ja, ich, 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 ja, wieder war Luke halt wirklich ein bisschen im Hintergrund, nur die Aufstimme. Ähm, ja, er hat halt natürlich, was auch gar nicht so verkehrt ist, noch nicht wirklich viel gezeigt. Also, wirklich schlau wird man da auch nicht raus. Nee. Nee, dann diese, diese Speeder oder ich weiß gar nicht, was das für welche waren, die dort auf diesem einen Planeten da den, den riesen 8080s da entgegen geflogen kamen, die wühlen wohl angeblich den Sand auf diesem Planeten auf. Ja, das ist der rote, also der, das ist ja der Gegenschnitt zu dieser Wassersäule bei den X. Ah, okay. Ja, stimmt. Das ist dann auf dem Wasser, das ist der Gegenschnitt dazu. Ja, ey, bloß nicht, also, jetzt machst du mir ein bisschen Angst. Ich hoffe mal nicht, dass es wirklich so sein wird, dass der Film auch eins zu eins wie eine Schablone draufgelegt werden kann. Nur, dass es statt einem Sternzerstörer... Ich, äh, so hab ich das noch gar nicht gedacht, aber das wäre natürlich... Das wäre natürlich... Dann, dann hab ich keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Das kann ja auch nicht sein. Dann kannst du es... Weil das ist ja einer der Kritikpunkte, gerade auch beim letzten gewesen. Also, wenn sie jetzt wirklich genau das Gleiche wieder aufziehen, oh Gott, oh Gott. Nein, also, ich vermute, ich hoffe einfach mal, mach mal drei Kreuze, dass das, äh, nicht so sein wird. Das ist ein Trailer-Trick. Ja. Aus der, aus der Trailer-Produktion war ja, ich hoffe mal. Vermutlich, vermutlich. Also, es sind ein paar sehr interessante Elemente drin, diese Speeder, ja, das ist das eine, ähm, überhaupt so dieser ganze, ähm, wo führt uns, äh, Ray noch hin oder wo führt es Ray hin insgesamt? Mhm. Ähm, da, glaube ich, äh, können wir uns drauf freuen. Und, ähm, Spider-Man reizt mich so gar nicht, Homecoming der Trailer, wahnsinnig. Äh, hat mich, äh, überhaupt irgendwie gar nicht getroffen. Kalt gelassen. So, diese, ähm, also, alleine der, also, raus war ich endgültig, das war ja fast zum Schluss, ist, äh, ist keine Umarmung, ich mach denen nur die Tür auf. Ähm, diese Psychopathengeschichte mit, äh, mit dem Star kam sie jetzt ein bisschen weit, also, das hängt sich zu weit raus. Ich, ich bin auch noch nicht ganz fertig mit dem, was ich von dem neuen Spider-Man halten soll, vor allem vom neuen Peter Parker. Er passt besser zu der Comic-Figur als die letzten, meines Erachtens. Ja, er hat ja auch eine Ähnlichkeit zu Tobey Maguire, ein junger Maguire. Es sieht aus wie ein etwas jüngerer Tobey, also ein bisschen wie ein jüngerer Tobey Maguire, Ja, genau. Ja. Aber, ich weiß nicht. Ja. Ich, ähm. Also, das, da befürchte ich, dass es zu leichte Kost wird. Ich glaube, dass es von. Dass da wenig Gewicht drin ist. Ja, dass sie zu sehr in Richtung, äh, schlechten Ant-Man-Humor unterwegs sind. Ja, apropos Humor, Kingsman 2, der neue Teil, äh, diesmal wieder von Matthew Warne, was ja eine, äh, Premiere ist, dass er eine Fortsetzung zu seinem, genau, zu seinen Filmen macht. Er wollte immer oder sollte immer, aber dann kam was zwischen, Kick-Ass 2 hat er nicht gemacht, wurde dann auch ein Flop. Äh, nach X-Men First Class hat er dann auch nicht weitergemacht, den hat er ja gemacht, der war auch, fand ich, mit am, mit, mit richtig stark, gerade weil's wie so ein kleines Reboot von X-Men war. Mhm. Und jetzt mit Kingsman 2 macht er zum ersten Mal eine Fortsetzung und ich bin mal gespannt, weil er war wohl, in den Interviews hat er mal gesagt, dass er selber gar kein Freund ist von so diesen klassischen Sequels, größer, breiter, höher und so. Mal gucken, wie er das Ganze angeht und, ähm, den Trailer, muss ich sagen, das ist wieder so ein Trailer, der hat mir schon wieder Lust auf mehr gemacht. Zwar weiß ich noch nicht genau, was ich mit dem amerikanischen Pendant, den, äh, wie heißt er denn? Das eine war den Kingsman, das andere waren die Statesman, genau. Äh, ich weiß noch nicht genau, was ich von, von dem halten soll, aber, ähm, er selbst, ähm, macht wieder Spaß, da gibt's so diese coole Szene, wo er da aus dem Auto, über das Auto springt, das sieht sehr geil aus. Ja, hey, und am Ende Harry, äh, Colin Fast ist wieder da. Ja. Gut, man hat's jetzt im Grunde schon im Trailer gespoilert, das könnte man dem, ähm, böse anrechnen, aber im Grunde diese Gerüchte oder das, dass er eigentlich irgendwie wieder dabei ist, gab's schon vorher. Und, gut, die Augenklappe verrät für mich schon mal so ein bisschen, wahrscheinlich wird's irgendwie ganz, es ist halt Comic, wahrscheinlich wird's erklärt, dass er hinter dem Auge irgendwie eine Metallplatte hatte oder irgendeine Stahlplatte und er wurde ins Auge geschossen und das Auge fällt jetzt weg, aber er lebt halt. Mhm, ja, so kann man's machen. Weil warum sollte er sonst eine Augenklappe tragen in dem Trailer? Also das ist, glaub ich, schon, dass es in die Richtung gehen wird. Ja, möglicherweise. Das ist so viel zu Kingsman, also ich freu mich auf jeden Fall, das ist wieder so, so ähnlich wie Kingsman 1, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. Ich glaub, auch den haben, ey, das ist jetzt kein Massenphänomen, bis jetzt jedenfalls nicht Kingsman. So was wie ein Geheimtipp? Ja, so richtig, also 1 war sicher nicht Geheimtipp. Aber sicher, ja, ein bisschen raus ist er schon, aber ich glaube. Aber 2 nicht mehr so, weil die, die den ersten gesehen haben, die sind auch heiß wie Frittenfett auf Kingsman 2, so Golden Circle, denke ich. Absolut, ich würde mich mit einreihen. Da hab ich noch eins, ähm, nämlich was dich auch gerade betrifft. Ich flipp aus. Alien, können wir nennen, den Prolog, The Crossing. Was, was, was daran betrifft mich jetzt direkt. Weil du ein großer Alien-Fan bist. Das ist richtig. Oder? Ja, ja, ja. Also, wenn ich an Alien denke, denke ich an dich. Ah, das ist, ja. Und, äh, den Prolog, hast du ihn gesehen, The Crossing? Äh, nein. Okay. Dann hast du dich schlecht vor. Nein, Quatsch. Ähm, dann will ich mal eben kurz ein bisschen teasern, ähm, was in diesen drei Minuten oder was das läuft, ähm, auftaucht. Man sieht wirklich, das ist das Geile, gerade für mich als Prometheus-Fan, man sieht genau an der Stelle, wo es weitergeht bei Prometheus. Man sieht sie, Naomi Rapaz, mit, ähm, äh, wie heißt der Roboter nochmal? Aber, ja, genau, weißt du es noch? Ja, ich komme gleich drauf. Ähm, warum, warum haben wir jetzt beide den Hänger? Weiß ich nicht genau. Ähm, weil ich bin immer noch mit dieser, wenn du an Alien denkst, denkst du an mich Geschichte. Ja, aber die beiden auf jeden Fall, von Michael Fassbender habe ich jedenfalls gespielt, ich komme gerade nur auf den Roboter-Namen nicht, ähm, die beiden fliegen los, ne, was man ja auch am Ende des Films gesehen hat, und man sieht die dann auf der Reise, er friert sie ein oder lässt sie in den Kryoschlaf fallen, er erzählt dann im Off, halt die ganze Zeit, dass er halt die ganze Zeit genutzt hat, um die, ähm, um diese Gründer, äh, genauer zu erforschen und zu verstehen. Dann sieht man, wie die auf diesem Planeten, äh, landen sogar, wo dann wirklich Menschenmassen dorthin strömen, und dann sieht man in der letzten Einstellung, dass er etwas auf den Planeten schießt, fallen lässt. Also, ich meine, meiner Meinung nach, kann man es nicht ganz erkennen, aber für mich impliziert das, weil es ja ein Prolog ist, ich vermute folgendes, ich hoffe, äh, ist ja kein Spoiler, weil ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass er den Planeten oder die, 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 diese Wesen komplett vernichtet, und dass in Alien Covenant dann diese Covenant Truppe, äh, auf diesem Planeten landet, natürlich unbewohnt, weil vernichtet, das würde dann auch erklären, warum der Michael Fassbender zweimal in dem Film auftaucht, nämlich einmal als sein altes und sein neues Pendant, das würde dann wieder Sinn machen, und es wird ja auch gemut gemacht, dass eventuell Naomi, Naomi Rapatze, Rapatze, auch in dem Alien Covenant mitspielt, was man ja dann auch am Ende, vielleicht gerade gegen Ende irgendwie, dann taucht sie auf, und dann schnappt sie sich die Covenant und fliegt damit dann weiter, oder? Irgendwie so, also, ich könnte mir das so ein bisschen so vorstellen, und ich fand den Prolog, das ist das, das habe ich bei vielen Kommentaren unter dem Prolog gelesen, äh, das ist ja besser als der ganze Trailer, oder was man bisher zu Alien Covenant gesagt hat, weil diese drei, diese drei Minuten sind so geil von der Atmosphäre her, und gerade, äh, weil man dann endlich weiter sieht, wie es mir der Prometheus weitergeht. Ja, habe ich mir gerade schon geladen, klucke ich gleich. Mach mal, also das ist sehr cool, also wirklich sehr cool. Ähm, ja, okay, da kannst du natürlich nichts zu sagen, ähm, aber vielleicht, auch da, eine Herzensangelegenheit vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie du zu S stehst, ähm, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, letzte Woche, letzte Folge, und der Tenor war ja schon, dass der S-Trailer eine Menge richtig macht. Und, ähm, bist du King-Affin? Ich hab, na, nicht so wie ihr. Ich sowieso nicht, da hast du recht gehört, ich bin außen vor. Ja, also ich, äh, ja. Oder S gesehen mit. Also ich hab S gesehen, ich hab auch S gelesen. Mit Tim Salbei, Eric Curry. Ja, ähm, und habe, ja, ähm, es gibt, es gibt ja auch sehr viel Schrott, ähm, in diesem King-Verfilmungsgerödel. Ähm, ich bin ein ganz großer Christine-Fan, so, der mir, der mich, äh, früh begleitet hat, ähm, und ich hab den Trailer zur neuen S gesehen und fand den schon echt krass. Also im Verhältnis zu dem, was ich so in Erinnerung hatte. Den Trailer oder den Clown? Den Trailer und inklusive Clown. Ja. Obwohl von der Psyche her manchmal der, der Curry, ähm, Clown noch ein bisschen psychisch kranker. Durchgedrehter. Der andere wirkt jetzt halt mehr, naja, wie so ein Horror-Monster, ne? Ja, so ein bisschen Horror-lastiger. Mal schauen, wie sie es umsetzen. Und, ähm, es soll ja vermutlich zwei Teile geben, wenn der erste ein Erfolg wird. Aber wenn man sieht, ich glaub, das war der meistgeschauteste in einem gewissen Anfangszeitraum, der meistgeschauteste Trailer, sogar vor Star Wars und so weiter, das, find ich schon, ist bemerkenswert. Von daher. Und die Stimmung, die da, ähm, die darüber kommt, das ist ja, also die, die Beschreibung dessen ist ja viral gegangen. Ja. Ja, ja. Deswegen, also das ist, ähm, so mein Horror-Highlight wahrscheinlich. Vermutlich. Und, ähm, obwohl das ja nicht so wirklich mein Genre ist. Ne, Horror nicht, aber es, es geht ja schon mehr auf, mehr auf Psycho noch. Ja. Ja, das wäre, denke ich, so unser Trailer-Round. Ja, damit, äh, so die, hab ich noch irgendwas gesehen jetzt, was spannend war. Ähm, ne, ähm, also Trailer jetzt im Kino, was ist denn noch gelaufen? King Arthur? Ja, halte ich aber, das ist halt Guy Ritchie, das ist Sherlock im, King Arthur-Stil. Also da, boah, ja. War jetzt nicht so. Jude Law, ja, es ist ein cooler Schauspieler, aber ich. Ja, aber das ist es, ähm, also der Trailer hat jetzt, ähm. Die Mumie könnte man noch erwähnen. Tom Cruise. Da können wir dann gemeinsam bei der Gelegenheit mit Tom Cruise und, ähm, dem, was das bedeutet, drüber reden. Ja, oder was sagst du, dass sogar mittlerweile ein Brad Pitt ein Netflix, Netflix-Film macht? Äh. Mit War Machine. Ich habe, ähm, also das, das Streaming ist offensichtlich jetzt auch in der allerersten Riege angekommen. Das ist, äh, war das Amazon-Serie? Amazon, ne? Nee, Netflix, oder? Nee, Amazon, glaub ich. Ich, äh, ich, ich guck mal eben. Moment. Und, ähm, das Brimborium, das sie drum gemacht haben, ähm, lässt mich doch einiges hoffen. Jaja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin, doch ist Netflix, habe ich recht gehabt. Ist Netflix? Ist Netflix. Nix ist so Flix wie Netflix. Dann, äh, lag ich falsch und entschuldige mich. Du machst ja nix. Dafür hat, ähm, Amazon eine weitere deutsche, war was Amazon? Was kam denn auf? Weitere deutsche Serie angekündigt. Große. Das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Hm. I don't know. Naja, auf jeden Fall, ähm, halte ich da, ähm, das würden wir uns angucken. Insgesamt ist die Besetzung, ähm, von War Machine, ja, sehr vielversprechend mit Pit und, ähm, äh, Tilda Swinton, Ben Kingsley hat eine Rolle. Ähm, ich weiß natürlich noch nicht viel mehr. Ähm, Anthony Michael Hall. Mhm. Ähm, also ich denke, da geht was. Da ist, glaube ich, auch viel Geld geflossen, ne? Ja, das ist ja so bei denen, ne? Die, die geben den Filmemachern Geld in die Hand und sagen, hier, macht mal. Viel Spaß. Herr Sandler, machen sie mal. Apropos, hast du den neuen Sandler gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Nein? Ich gucke die Sandler. Ich habe es auch leider nicht mehr gesehen. Dafür, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt habe. Ähm, ist so fast, fast Sandler. Aber ich kann Kevin Can Wait extrem gut empfehlen, was auf, äh, Amazon. Das läuft auf Amazon. Ähm, eine sehr, sehr gute Serie, ähm, sehr gute Fortsetzung, in Anführungsstrichen, zu King of Queens. Ich muss mich erstmal richtig hinsetzen. Ich habe einen neuen, wir haben einen neuen Sessel sozusagen. Du siehst ja aus, als würdest du im Sportwagen sitzen. Ja, ich habe einen neuen, ich habe einen Gaming-Seed. Ist das nicht cool? Ja, kann man machen. Und du sitzt ja jetzt auch so chefmäßig dahin. Ich sitze hier ganz locker, ja. Also, wie gesagt, das ist, hast du schon mal reingeguckt? Nein. Magst du nicht Sitcom? Äh, doch, doch, doch. Kevin James? Guckst du mal, das Coole ist, ähm, kommt, glaube ich, nächste und übernächste Woche in zwei Teile, der Staffelfinale. Da taucht Lea Rimani oder Rimini seine Frau aus King of Queens auf und spielt sogar seine Frau, in Anführungsstrichen. Ähm, sie behauptet jedenfalls, sie wäre seine Frau. Was natürlich sehr cool Meta ist in der ganzen Seriengeschichte. Ja, habe ich gerade auf die Liste gesetzt. Sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Gerne. Also, wie gesagt, kann man auch schnell und einfach durchgucken. Tauchen auch immer wieder ein paar bekanntere Schauspieler auf hier, Freunde von ihm, etc. Ich glaube, genau, Sandler taucht sogar einmal auf in einer Folge. Cool. Ja, das sei mal dahingestellt. Na, da streiten sich die Geister. Ja, die streiten sich da auch wahrscheinlich. Okay. Ja, so ist das. Ähm, ich denke, an News habe ich nichts, aber die Trailer waren ja im Grunde schon News. Ich habe, ja, wir können das jetzt mal unter News verbuchen. Wir haben sowieso eher trübsinnige Shownotes dieses Mal. Ja. Wir haben ja von vornherein gesagt, dass wir heute eher so eine Begrüßungsfolge wieder machen, um uns einzugrooven, das Studio neu zu beleben hier wieder. Ich habe aber noch ein Gewinnspiel. Ich muss den Rechner nochmal neu machen. Ich habe noch ein Gewinnspiel. Wird es jetzt schon ein Gewinnspiel machen? Ja. Ja, laut Ablaufplan. Laut Shownotes haben wir jetzt Gewinnspiel. Laut Shownotes haben wir jetzt Gewinnspiel. Gewinne, Gewinne. Das habe ich letztes Mal nämlich vergessen. Wir haben mit freundlicher Unterstützung von Close-Up, dem tollen, freshen Merchandise-Versandunternehmen Halloween. Rufen Sie die Nummer neben ihrer Lunde. Passend zur letzten Folge nämlich ein Shining-Poster, ein Original-Shining-Poster zu verlosen. Das passt hier ja super hin. Passt immer an. Aber da machen wir das. Gewinnspiele passen immer an. Was machen denn unsere Hörer für das grandiose Shining-Poster? Ähm, ja. Wir sind aber nicht so eine Truppe, wie ich das jetzt öfter gesehen habe, so auf YouTube und so mit, oh, hat sich keiner gemeldet zum Gewinnspiel, dann habe ich es jetzt bei Ebay verkauft. Äh, geht für einen guten Zweck, die Knete. Echt? Nee. Ja, ich habe auch, geht so Sandale durch die YouTuber, die immer so Gewinnspiele machen und die Scheiße für sich selber behalten. Ach so. Ja, das habe ich, stimmt, hast du recht, habe ich auch schon von gehört. Die verlosen einfach eine Kuh oder ein Haus, aber geht nicht raus. Genau. Passt hier nichts. Nehmen Fake News, noch Fake Gewinnspiel. Ne, äh, ne, ne, ne. Bisher haben sich ja auch immer welche gemeldet. Ja. Ich würde sagen, ihr meldet euch über unsere Kanäle, die uns der Henrik gleich noch präsentieren wird. Ich kann mich gar nicht erinnern. Das erfrischen wir gleich auf. Ja. Und zwar schickt ihr uns einfach bitte mal euren Lieblings-Steven-King-Lieblings-Steven-King-Verfilmung und aber auch vielleicht mal euer Lieblings-Steven-King-Buch. Mhm. Das passt, denke ich, ganz gut thematisch und wäre für uns mal interessant. Und dann können wir mal ein bisschen was gucken, was ihr so an King mögt und oder halt nicht mögt, beziehungsweise was ihr gerne von King liest. Weil ich vermute mal, dass das immer unterschiedliche sind. Also, dass niemand sagen wird, ich mag am liebsten das Buch Shining und den Film Shining. Ich glaube, das wird, Buch werden andere Sachen genannt als beim Film. Wahrscheinlich. Das ist meine Vermutung. Denke ich auch. Zumal einige der Bücher, also wenn ich an so, ähm, ja, Shining, okay, ne, aber auch Christine, der mir gut gefallen hat, aber wenn ich dann so an Sachen denke, die ich, ich weiß gar nicht, habe ich das mal zu Ende gelesen, ich kann mich gar nicht erinnern, das ist schon ewig her, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt 30 Jahre, aber, ähm, es ist wirklich ewig her so Sachen wie Longoliers, ja, so, die in der, in der getrübten Erinnerung an damals als Buch jetzt überhaupt nicht so komplett Scheiße gefallen haben. Mhm. Aber die Film, Filme, ich glaube, waren mehrere, wenn ich mich sogar recht entsinne, so eine unglaubliche Scheiße. Ja. Ähm, also da ist ja ganz viel verbrannte Erde in der Verfilmerei von, von King-Sachen, ähm, hinterlassen worden. Ähm, da dürfte es durcheinander gehen. Ja, absolut. Also, Henrik, erzähl uns doch mal, wie kann man uns erreichen? Ähm, also für das Gewinnspiel könnt ihr kommentieren unter der Folge hier auf unserer Webseite www.logenzuschlag.de oder dercinecast.de, da findet ihr die Folge, darunter könnt ihr kommentieren, ihr könnt uns unter dercinecast bei Twitter, ähm, einen Kommentar schicken, ihr könnt uns bei YouTube folgen, da freuen wir uns übrigens sehr drauf, der Kanal hat sich tatsächlich ein kleines bisschen entwickelt, so, wir haben, wir haben Follower, da fehlt noch ein bisschen was, also durchaus mal einen Daumen hoch oder ein Abo dalassen auf unserem YouTube-Kanal findet ihr auch, ähm, cinecast.tv, ähm, da könnt ihr auch einen Kommentar schreiben, ihr könnt eine E-Mail schicken an gewinnspiel-at-logenzuschlag.de, an info-at-cinecast.de, ähm, ihr könnt uns jeweils mit unseren, äh, Vornamen unter at cinecast, äh, dercinecast.de erreichen, also egal auf welchem Weg, ihr könnt uns eine Nachricht hinterlassen und ihr nehmt automatisch mit jedem Kommentar an unserem Gewinnspiel teil, hab ich recht. Das ist richtig, Henrik. Hab ich irgendetwas Wichtiges vergessen? Ja, ihr könnt uns auch gerne ein Fresspaket oder Tee-Paket. Absolut. An die Adresse, die ihr im Impressum wiederfinden werdet, ähm, gerne, gerne zukommen lassen. Womit wir wieder bei Tee wären, unser Tee ist alle. Ein kleiner Wink an unsere, an unseren Tee-Dealer, ja. Genau, der Tee ist alle. Ja, das muss man ändern. Also, ich bin auch jetzt, lustigerweise, gerade jetzt, seitdem ich, äh, den neuen Job angefangen hab, und nicht dauernd nur noch Kaffee, äh, ich kann den Kaffee nicht mehr so viel trinken. Ich trinke jetzt mittlerweile echt viel Tee. Pfefferminz, schwarz, also unterschiedlich. Sehr cool, sehr cool. Ich freu mich darüber. Ja, ich auch, weil das ist, ist auch manchmal, ich glaub, es ist auch für den Magen und allem manchmal ein bisschen besser als nur Kaffee. Ja. Gut. Es schadet ja nicht, ein bisschen, ähm, ein bisschen gesund unterwegs zu sein. Ein Sendeschluss ist der 21. Mai, bis dahin bitte melden. Bezüglich des Gewinnspiels. Ja. In Tee ist egal wann. So. Ähm, ja, ähm, wir hätten auch über Transformers sprechen können, aber das lass mal. Hast du eigentlich, weil da aber... Darüber will ich gar nicht sprechen. Nee, brauchen wir auch nicht. Ähm, hast du eigentlich, wir haben letzte Folge drüber gesprochen und da waren große Fans bei. Äh, hast du Westworld gesehen? Äh, ich habe die ersten sechs Folgen gesehen. Und ich mochte es. Ich weiß gar nicht, warum, doch. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört hab. Aber das fiel, glaub ich, so in... Vor allem, das wird noch, äh, gerade so die letzten drei, vier, fünf Folgen... Wird noch besser. Ja, ja. Ähm, ja, okay, dann sprechen wir natürlich noch, äh, werde ich dich erstmal noch nicht weiterfragen. Lass uns, ähm, lass uns das auch auf die nächste Folge verschieben. Das tun wir gerne. Okay. Ich schreib's mal auf die Liste. Mach mal. Dann sind wir auch direkt in unserem Lieblingsrubrik Review, was ja heute auch so ein bisschen unser Mainstream ist, denn wir sprechen heute einfach mal über ein paar Filme und ich denke mal, ein Schwerpunkt wird gerade der Aktualität geschuldet. Natürlich Guardians of the Galaxy Volume 2 sein, den wir beide am Wochenende gesehen haben. Richtig. Wollen wir damit anfangen? Wir können damit gerne anfangen, wenn du das möchtest. Aber bevor wir damit anfangen, stimmen wir uns gemeinsam auf Guardians of the Galaxy Volume 2 ein mit einer kurzen Filmbesprechung von unserem Freund Peter Dickmeyer, den ihr auch unter Movie Dick bei Soundcloud verfolgen könnt. Und, ähm, der wird uns erstmal im Groben erzählen, worum es denn bei Guardians of the Galaxy geht. Viel Spaß. Sie sind wieder da, Peter Quill alias Star-Lord und seine Bande exzentrischer Space-Helden. Nachdem sie beim letzten Mal den Planeten Xander und seine Bewohner gerettet haben, schippern sie sozusagen als interstellare Popstars durchs Universum, um als Söldner das Weltall zu beschützen. Wir retten also schon wieder die Galaxie? Ganz genau. Wobei das schon ein bisschen ironisch gemeint war. Oh nein, dann musst du das auch in einem ironischen Ton sagen! Nö, muss ich nicht. Während die Guardians also die unbekannten und endlosen Weiten des Weltalls durchkreuzen, ich glaube, das sagte ich schon, bekommen sie dabei auch hin und wieder Begleitung. Ist ja seltsam, von 8ern nährt sich uns eine komplette Sovereign-Flotte. Warum sollten sie das tun? Weil Rocket ein paar Batterien gestohlen hat. Alter! Richtig, er hat natürlich keine gestohlen. Keine Ahnung, warum sie uns folgen, welchen Rätsel? Immer wieder stoßen die Guardians auf alte Gegner, die zu neuen Verbündeten werden oder umgekehrt oder gar nichts von dem oder beides. Unsere Schanzen stehen schlecht. Wir brauchen neue Schanzen. Als Bonbon für die Fans bekommen unsere Helden Unterstützung von Kultfiguren aus dem klassischen Marvel-Universum. Natürlich besteht auch ein Großteil des Reizes darin, dass alle Guardians äußerst unterschiedlich sind. Natürlich auch in der Auffassungsgabe. Also egal, was du tust, drück nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhole es. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin Groot. Nein, das ist der Knopf, der uns alle umbringt. Versuch's nochmal. Ich muss zugeben, dass ich schon beim ersten Guardians-Abenteuer mehr als einmal den inhaltlichen Faden verloren habe. Inzwischen glaube ich aber, dass das Absicht ist. Das gehört wohl zum Konzept, welches möglichst schrille Charaktere in die denkbar wildesten Situationen stürzt, um mit der dicken Ironie Schaufel die, in solchen Filmen eh nur fiktive Logik, zu verbuddeln. Nein, das ist doch genau das, was du eben gesagt hast. Wie beklebt es das denn? Das stimmt nicht ganz. Denn die Message hinter all dem Budenzauber ist klar. Das Einzige, was zählt, ist der Spaß an der Freude. Jenseits tiefergehender Botschaften oder den üblichen Erzählroutinen. Also nichts wie hinein in Gardens of the Galaxy Vol. 2. Guardians of the Galaxy. Wieso sollten wir Garden of the Galaxy heißen? Und bitte, Herr Leifert. Okay, ich fasse vielleicht mal kurz zusammen. Worum geht's denn? Worum geht's in Guardians of the Galaxy? Also im Endeffekt, was ganz nett ist, er schließt wirklich ein paar Wochen oder Monate direkt nach Teil 1 an. Man sieht die Guardians halt in Bestbesetzung und durch einen kleinen Diebstahl, nenne ich's mal, werden sie plötzlich von einer Riesenflotte gejagt. Sie versuchen zu entkommen und siehe da, wen treffen sie da? Kurt Russell, der eine zentrale Figur spielt, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Alle, die es gesehen haben, wissen, wen er spielt und die es nicht gesehen haben. Gut, man kann sich's eh denken. Oder wollen wir spoilern? Also wir machen hier auf jeden Fall mal, ja, weiß ich nicht, wir haben immer gespoilert. Hast du auch wieder recht. Wir waren immer Spoilercast. Also alle, die die Guardians noch nicht gesehen haben, Kapitelmarke 1 weiter. Ansonsten wir spoilern wie immer. Kurt Russell spielt Ego einen Planeten. Das ist so wie immer. Und gleichzeitig der Daddy-O von Chris Pratt von Star-Lord ist. Und ja, da ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt und man, ich find in dem Film, es ist dann weiter eine sehr kleine oder emotionale, familiäre oder zwischen den Charakteren familiär, freundschaftliche Geschichte. Nicht so das typische Bigger-Better-Grösser-Fortsetzung. Das haben sie eigentlich schon, gerade in der Anfangsszene, die genial ist, schon parodiert. Nämlich scheiß drauf, was da im Hintergrund für Action abgeht. Darum geht's gar nicht in diesem Film. Genau, also es geht ja schon, das ist ja das Intro. Mr. Blue Sky. Das Intro lehnt ja direkt an das Intro vom ersten Teil an, nur dass diesmal den Part des Unfug- und Tanztreibenden Little Groot übernimmt. Baby Groot, ja. Was wirklich, wirklich richtig großartig ist. Ja. Es geht ja, also im Prinzip die komplette, das ist auch die ja fast einzige Szene, in der alle Guardians gemeinsam in Action sind. Gleichzeitig auch. Und das Tolle daran ist, dass man fast nichts davon sieht. Es wird eingeleitet und im Vordergrund humpelt Little Groot durch die Landschaft und macht Unsinn und tanzt ein bisschen. Und im Hintergrund wird gegen einen Riesen-Alien gekämpft und das ist wirklich großartig. Genau, wobei man ja, wenn man klugscheißer sein möchte, im Endeffekt, das eigentliche Intro ist ja noch davor. Ja, das ist der Backflip. Die Vorgeschichte ist der, wo wir in die 80er gehen, wo wir mal wieder, da können wir direkt mal drüber diskutieren. Ein verjüngter, da hat Disney scheinbar richtig Spaß dran, nach Robert Downey Jr., diesmal Kurt Russell in Jung. Ich weiß nicht, was die bei Marvel in den Studios da machen. Diese Verjüngungstechnik. Michael Douglas auch. In Ant-Man, genau. Die muss im Moment auf alle alten Recken irgendwie angewendet werden, wobei mir der Kurt Russell an sich ganz gut gefallen hat. Super. Besser als der Michael Douglas. Das stimmt. Der ein bisschen hölzern wirkte. Ja, ich hab da noch mit Daniel drüber gesprochen und der meinte auch, scheinbar hat Kurt Russell einfach ein Gesicht, wo es einfacher ist. Oder wo es einfacher rüber, das einfacher ist. Wir haben auch ein paar Sachen dazugestellt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht's richtig gut aus, ja. Sieht richtig gut aus, ja. Das sieht echt gut aus. Und das ist das Faszinierende, weil man ja weiß, wie alt eigentlich Kurt Russell mittlerweile ist, normalerweise. Vor allem, wenn man Fast and Furious gesehen hat. Dann ist es sehr lustig, wenn man ihn da so jung... Hat ja niemand gesehen, wenn man nach den Zahlen... Nee, weltweit hat das kaum einer gesehen. Da kommen wir ja gleich noch zu. Der lief unter ferner... Der ist unter... Unterm Radar... Den besprechen wir ja gleich noch zwei Stunden, also... Ich nicht. What a fun, what a fun wird das? Ja, nee, das ist eigentlich die eigentliche Vorgeschichte, die man kurz sieht, wo man sieht, wo er quasi den Planeten begattet. Im Grunde seinen Samen in den Boden pflanzt. Danach pflanzt er natürlich noch einen Samen woanders rein. Und darum entsteht hier überhaupt der Star-Lord. Ja, und dann geht es direkt halt 34 Jahre später weiter und man sieht halt die Szene, die wir gerade besprochen haben. Also es ist schon... Allein der Anfang macht immer wieder Spaß, sich anzuschauen. Ich habe ihn übrigens komplett in 2D gesehen. Ich auch. Ach, du auch? Ja. Ich habe ja nochmal... Wir hatten ja kurz gesprochen, wann wir reingehen. Und ich hatte für den Freitag die Spät ins Auge gefasst. Aber das hat dann alles irgendwie... War mir das alles nix. Und dann bin ich in die 19 Uhr gegangen. Ja, wir auch. Und habe die dann in 2D geguckt. Was mir übrigens gut gefallen hat. Ich war... Ich fand... Ich musste ja jetzt nicht zwingend 3D haben. Nö, genau. Obwohl ich... Ich habe dann im Nachgang... Einen Tag später habe ich ja dann im Kino gearbeitet. Da habe ich mir die Anfangsszene in 3D angeguckt. Ist schon schön. Man sieht halt... Klar, der Film kommt zu 90% aus dem Computer. Klar. Dadurch ist das 3D echt gut geworden. Aber... Vielleicht gucke ich es nochmal. Ja, also man muss nicht für 3D nochmal in den Filmen zwingen. Aber wenn man reingeht, wenn man die Möglichkeit hat, kann man den auch gerne auch in 3D nehmen. Wenn man dann natürlich sinnvoll sitzt. Ohne Ghosting etc. Dann ist das alles gut. Also da macht das schon Spaß. Ansonsten, die 2D-Version hat genauso viel Spaß gemacht. Sehe ich genauso. Und ja, da kam ich gerade drauf. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht in 3D sogar gesehen hast. Okay, dann haben wir den sogar bei den 2D. Ja, und dann würde ich sagen, die Charaktere... Ich fand überraschenderweise... Wie heißt der Lando? Der blaue? Yondo? Yondo. Yondo. Fand ich richtig cool. Hat mir super gefallen. Also ich dachte auch einfach, muss der jetzt... Passt der da rein oder so? Aber so ein cooler Kern. Also insgesamt war das mit der Charaktergeschichte sowieso so ein bisschen unerwartet. Und ich fand, dass... Ja, insgesamt dadurch, dass sie, und das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, dass sie nicht so den ganzen Film über eher in ihrer gewohnten gesamten Truppe unterwegs waren, sondern sie haben den ganzen Film ja auf so Pärchen aufgebaut. Kleinere Grüppchen, ja richtig. Immer in der Regel zwei. Vor allem, sie haben auch verschiedene, also ganz natürlich in wechselnde, aber so... Ja, ja, alles gut. Sie haben nur so versucht, so Beziehungsdinger aufzubauen. Ähm, eine ganz wichtige, die am Ende dann ja dann doch zu, ähm, äh, zu, äh, ja, auch ausgesprochen wird, fast. Ähm, ist dabei ganz, äh, im Vordergrund oder Braggs und, ähm... Braggs meinst du? Braggs und, äh, die... Äh... Das Schoßhündchen von Ego, auch super witzig. Ja, ja, ja. Und... Äh, da war ich überrascht, weil Braggs im Trailer eher so ein bisschen sehr banal rüberkam und, äh, so richtig alberne Lacher eigentlich dargestellt hat. Aber die kommen im Film so cool rüber und der Typ ist einfach mit seiner direkten Art so cool und, und selbst wenn er so lacht, das steckt dann sogar an, weil das ich echt nicht gedacht hätte. Was dabei aber passiert ist, meines Erachtens nach, ist, dass dabei, ähm, Star-Lord ein bisschen in den Hintergrund, so deutlich, etwas flacher war als beim, als im ersten Teil. Ja, okay, aber im ersten Teil war halt schon ein sehr starker Story-Fokus auf Star-Lord und wie sich dann halt, wie er dann halt alle angetroffen hat, fand ich nicht so schlimm, aber vor allem Story-Technisch eigentlich ja mit seinem Vater und so, er schon mehr im Vordergrund war. Obwohl diese, obwohl das so ein bisschen dünn war. Und diese, nachher, diese Man-of-Steel-Endschlacht, er als Pac-Man, ja, das waren halt schon, waren, nach dem Motto, einmal können wir es ja jetzt machen, weil danach verliert er eh seine Kräfte. Gab sowieso haufenweise Easter Eggs. Ja, ja, Easter Eggs gab es eine Menge, ja, da können wir vielleicht auch, gerade auch über Sachen nachher noch sprechen, ja. Ähm, also insgesamt, wie gesagt, die Charaktere, auch die, ähm, auch die Beziehung, ähm, von Nebula und, ähm, und, äh, ihrer Schwester, ähm, fand ich, äh, hat der ganzen Sache ordentlich Tiefe gegeben, ähm, und natürlich, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Little Groot, ne, der, ähm, wieder mal im Grunde den größten Teil der Comedy auch getragen hat, meines Erachtens. Ja, das, das hat so ein bisschen was von Minions, ne, sonst der, der lustige kleine Sidekick im Hintergrund, der immer wieder auftaucht und dann halt für, für Lacher oder Schmunzeln oder, oh, ist der süß, im Kino halt für Sorg, ne, so ein bisschen in die Richtung geht das und, ja, klar, ich, aber man sieht ja schon im Abspann, im nächsten Teil wird er nicht mehr Baby sein. Nee. Da sieht man im Abspann ja im, äh, im Endeffekt ihn ja schon als Teenie, als Jugendlicher. Mhm. Und, aber finde ich auch okay, also, ich denke mal, gerade auch ein Erwachsenerbaum kann ordentlich, äh, Randale machen, im Gegensatz zu Baby. Hat er ja jetzt schon. Ja, richtig. Hat er ja auch als Baby schon sehr, ähm, auffällig, äh, Spaß verbreitet. Ähm, ja, Rocket, ähm, wieder ein, äh, äh, ein, ein Garant für, für lustige Szenen. Hat ja wieder gut funktioniert. Das Einzige, was mir dabei nicht gefallen hat, ähm, also, was irgendwie nicht gezündet hat bei mir, ähm, waren die, wie hießen die, Surveillant? Äh, diese, die goldenen, diese, die, die ja eigentlich nur Mittel zum Zweck waren von einer, also, diese hohe Priesterin, Aliescha oder so. Ja, genau, die sie weiter, die sie weitergetrieben haben. Mehr hatte das ja nicht, ähm, zu bedeuten. Die waren mehr als dünn. Ja, das stimmt. Die Chemie zwischen Star-Lord und Rocket fand ich auch sehr geil. Ja, das ist ja. Und es entwickelte sich ja auch immer mehr. Ja, wie er dann auch eine Beleidigung raushaut und er natürlich erstmal überhaupt nicht versteht, ist das jetzt schlimmer oder besser? Das ist schon sehr gut. Und, äh, was sagst du zu Chris Sullivans Darstellung von Taserface? Ja, komm, der Name war schon so einfach, das fand ich. Aber sie haben sich ja auch mit sich drauf gestürt. Ja, natürlich, wenn schon, dann schon, ja. Ja, Taserface. War jedenfalls ein spannender Abgang, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Aber mein Highlight, wie du schon sagst, also lassen wir mal Taserface, Taserface sein, ist, ich fand's okay, weil es ein, ähm, weil es wieder dazu geführt hat, ähm, genau wie du gesagt hast, ähm, Yondo, ähm, noch weiter zu promoten, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Yondo. Ähm, Yondo. Michael Rooker. Richtig. Ähm, also ganz, ganz, äh, ganz, ganz, äh, großartig. Der war ja auch für mich immer noch so ein Highlight am Anfang von, äh, The Walking Dead. Da hat er ja auch den Bruder von, von Daryl gespielt, da war der schon richtig gut. Großartiger Schauspieler. Ja, ja, ja. Ähm, ja, Ego, ähm, hatten wir es noch, haben wir noch nicht ausreichend drüber gesprochen. Ey, in der Rolle ist er so ein bisschen aufgegangen gefühlt, oder? Das war, glaub ich, genau Kurt Russells Ding, so richtig den Gott zu spielen, das war schon sehr cool und, äh, vor allem, dass ich so, ich weiß noch, ich hab's im Vorfeld, ich kannte, ich kenn ja die Comics nicht wirklich und wie ich nur gehört hab, dass der Vater von Chris Patton Planet sein soll, dachte ich mir, oh Gott, wie wollen sie das denn? Bitte überhaupt irgendwie im Film machen. Also es war ein bisschen kitschig, ähm, also, was, was aber ganz gut gefruchtet hat, ist, Dafür ging's noch. Ja, okay, ähm, dieser Kitsch, ich weiß nicht, warum ich, ähm, so darauf reagiert habe, weil thematisch ziehen sie's ja durch, diese ganzen 80er Jahre, ähm, das ganze 80er Jahre Ambiente, dass dieser, dass auch diese ganze, das ganze Set, in Anführungszeichen, von Ego, ähm, verströmt die ganze Zeit, diese ganzen, die Hasselhoff, äh, die Hasselhoff, ähm, Er taucht doch noch auf. Ja. Ähm. Und das Lied ist gut, was er da mit, äh, ich hab den Soundtrack mir, äh, bei iTunes geholt und echt cool. Also generell, den Soundtrack, den hör ich momentan rauf und runter, die, die Tracks sind alle geil. Apropos iTunes, da könnt ihr uns übrigens auch abonnieren. Genau, bewertet doch bitte Guardians of the Galaxy Vol. 2 dort und, und uns natürlich. Und, und, uns. So ist es. Es hilft uns sehr, wenn ihr, ähm, da eine Bewertung hinterlasst. Genau, ähm, ja, dann Jeff Goldblum hat mitgespielt. Äh, ja. Und, äh, Miley Cyrus, Wing Rhymes. Ja, haufenweise. Michel Gio, gerade am Ende. Ähm, weißt du den Hintergrund, warum? Nee, aber du sagst es uns jetzt. Ich wollte es doch, dass ich nein sage. Du, ich hab die After-Credit-Szene auch, wie ich gesehen hab, hab ich auch nicht ganz gecheckt. Aber die sind die ursprünglichen Guardians of the Galaxy. Das ist der Gag an der Geschichte, die in den Comics als erstes die Guardians war. Ah, okay. Nämlich, ähm, und da war halt auch, ähm, Yondu dabei. Mhm. Und halt dieser Gläserne, dann diese Michel Gio, die, ähm, Aletta Ogort. Ähm, Miley Cyrus als Mainframe. Und, ähm, ja. Und das ist der Gag an der Geschichte, warum die am Ende so da nochmal auftragen und auch so zusammenstehen oder bei diesem Gespräch. Stallone, nicht zu vergessen. Genau, natürlich. Wo wir bei den, wo wir bei den großen Namen sind. Als Dagger Ogort. Das ist quasi der Ehemann, wenn ich das dann richtig, von Aletta Ogort. Ja, guck. Wird er was gelernt? Das wusste ich nicht. Und Stan Lee. Cameo. Ja, als, äh, Astronaut, der, äh, übergroße Aliens vollquatscht. Und zwar offensichtlich den gesamten Zeitraum über. Genau, aber auch der Gag hat einen Hintergrund. Aber das erklärst du uns jetzt natürlich auch. Ich bin der Erklärbär, richtig. Ich bin, ähm, der Teddy. Also, ich, ähm, habe nachgelesen, weil ich wusste es auch nicht. Das sind die sogenannten Wächter oder, äh, diese großen Wesen, so, die irgendwie alles bewachen und Stan Lee informiert die oder erzählt er denen halt Geschichten und der Gag so ein bisschen soll wohl sein, dass der halt, das würde auch erklären, warum er überall auftaucht in allen möglichen Marvel-Filmen. Der erzählt quasi diese Marvel-Geschichten, die sind Wächtern und deswegen taucht er halt irgendwo immer in diesen Filmen auf. Das ist der, in Anführungsstrichen, Gag an der Geschichte. Ich verstehe. Also, das hat sich wohl, ähm, der gute James Gunn dabei gedacht. Also, sonst fand ich die Szene eigentlich auch ein bisschen, was soll das? Es war halt dazwischen, es hatte nichts mit der Geschichte zu tun, weil er taucht ja auf, ähm, im Vorbeiflug, während sie diese Sprünge in Richtung Rand der Galaxie... So blöd es war, aber diese Gesichtsverformen sind immer gut. Aber das war auch Slapstick wieder. Ja, natürlich, aber lange nicht mehr so in der Art gesehen, diesen Slapstick, von daher. War das schon okay? Nein, erstmal alles okay. Ähm, du hast vorhin vom Soundtrack gesprochen. Das ist korrekt, die Filmmusik. Awesome Mixtape Vol. 2. Yes, sir. Mit Cat Stevens, Looking Glass, Jay and the Americans, Elo. Kann man gut hören. Total. Hat mir aber etwas weniger gut gefallen, als der, als die Musikauswahl zum ersten Teil. Mhm. Hat ganz kleines bisschen weniger gezündet. Hm, weiß ich nicht. Ja, gut, ich hab den, müsste den ersten jetzt nochmal hören, aber, ja, mir hat der zweite schon echt gut gefallen. Ist schon gut. Ja, ohne Zweifel, aber ich war ein bisschen, ich hab mehr... Fox on the Run. Ich hab mehr gesummt, ich hab mehr gesummt, davon beim ersten Teil, hinterher, aber ich muss nochmal, muss wahrscheinlich auch nochmal nachhören. Es war natürlich Klassiker, selbstverständlich, aber da hat's nicht ganz so gegriffen. Ja, okay. Ähm, ja, also von unserer Seite, also von unserer Seite auf jeden Fall eine Empfehlung. Absolut, absolut, mit Sicherheit einer von den guten, ähm, Comic-Verfilmungen von Marvel. Wobei ich da echt im Vorfeld, wie ich den Trailer nur gesehen hab, dachte, oh, wird vielleicht, genau, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, weil die Szenen aus dem Trailer sind wirklich zu 90 Prozent aus den ersten zehn Minuten. Das Einzige, was sie halt dann vom Ende noch so mit verpulvert haben, ist diese Knopfgeschichte. Aber ansonsten ist das endlich mal ein Trailer, so wie man's machen sollte. Ja, aber die ist ja auch gar nicht so dramatisch. Nö, ist nicht, genau, aber, ne, überleg mal, ein Trailer, der nur die ersten zehn Minuten von einem Film so ein bisschen anteasert und nicht ein Trailer wie, ähm, vielleicht zuletzt jetzt auch Justice League, die wieder die ganze Story im Grunde so gefühlt erklärt und eigentlich schon von vorne bis hinten einmal durchexert. Da hab ich auch schon wieder keinen Bock mehr drauf, um ehrlich zu sein. Auf Justice League, ja. Ja, kann ich verstehen. Ich bin da auch noch nicht, ich bin bei DC leider, leider mittlerweile sehr kritisch. Schaffen's nicht. Die müssen ja nicht bunt auf, die können gerne in eigenes Ziel machen, aber dann soll das aber auch fruchten und mitreißend sein und die Story funktionieren und nicht so ein, oh, so ein Grütz wie Suicide Squad dabei rauskommen, ne. Das ist momentan so ein bisschen das Problem. Also, Guardians of the Galaxy, wollt ich tun? Auf jeden Fall, ähm, insgesamt. Gerne im Kino anschauen, los. Absolut, ja, geht rein. Ist sogar auch mal wieder eine Woche vor US-Start bei uns angelaufen. Bei uns, äh, in den USA läuft er erst am fünften an, ja. Jetzt diese Woche, ne? Diese Woche Freitag, ja. Also von daher, ähm, schon ziemlich cool, dass der bei uns mal so viel früher sogar läuft. Und, ähm, ich glaube, die erste Woche wird wohl ganz gut werden. Da mach ich mir überhaupt keine Sorgen, ja. Also für USA und weltweit hat er jetzt, glaub ich, bis Wochenende alleine, ich weiß nicht, wo überall schon lief, auch schon 100 Millionen erst mal schon mal so provisorisch einkassiert, ne. Also, das funktioniert. Das ist wohl so. Ansonsten, Effekte, wie gesagt, ähm, haben wir gerade mit den, mit den Animationen der Figuren halt schon gesprochen. Das passt alles, überhaupt nichts zu meckern. Ähm, Humor, typisch James Gunn, ähm, passt einfach. Deswegen. Guter Film, ich hatte großen Spaß. Genau, ja. Siehe ich genauso. Gerade nach den ersten Minuten konnte man sich echt zurücklehnen und einfach nur Spaß haben. Und das, das kann man auch mal machen, das ist absolut in Ordnung und, äh, wobei ich bei einer Szene immer gedacht hab, jetzt müsste gleich irgendwo Iron Man oder irgendwer von den Avengers kommen, war, wie sie dann bei diesem, wo Ego sich ausbreitet und auf der Erde dann diese, dieser Glibber aus dem, ne, oder dieses Aufbruch, da hätte man noch super ein Cameo von, und wenn's nur Iron Man, der da herfliegt oder dagegen kämpft oder dagegen kloppt. Genau. Da hätte man, hätte man doch schön schon mal so mal, weil ich glaube, dass wir einige im Kino das noch gar nicht, oder viele Kino, normale Kino, wissen das noch gar nicht, dass das in dem gleichen Universum spielt, glaub ich nicht, weil gibt's uns eigentlich null Andeutungen, außer die können sich noch an Thanos erinnern, aber auch jetzt bei Guardians Volume 2 wird Thanos ja auch nur erwähnt, ne, weder gezeigt noch irgendwas, also. Ich bin ja mal gespannt, ob Nebula ihr Versprechen einhält. Ja, ja, das wird sicherlich ein Punkt, ja. Und, äh, das wird, führt uns ja dann auch zu der, ähm, zum, zum Beispiel zum Thor-Trailer. Stimmt, den haben wir auch noch nicht erwähnt. Wo ja dann der Hulk. Da verwursten sie halt den Hulk. Den Hulk wieder, der ja eigentlich, meines Erachtens nach, das hat zeitlich nicht gepasst, aber ich hätte zuerst damit gerechnet, dass er bei den Guardians wieder auftaucht. Aber. Ja. Naja, stimmt schon. Ähm. Eigentlich hätte er bei den Guardians auftauchen müssen. Rein technisch betrachtet. Und auch bei den ganzen After-Credit-Szenen von Guardians oder halt auch im Film überhaupt keine Querverweis- oder Anstiegung. Man hätte da ja auch irgendwie Thor schon anteasern können, ne? Weil auch jetzt der neue Thor-Trailer schon deutlich mehr nach Guardians wirkt, so vom Flair, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Das ist total 70er, was da gerade passiert. Ja, 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 genau. Das ist total 70er-Disco, was die da machen. Deswegen, also da hätte man. Hat mir übrigens gut gefallen. Ja. Ja, wollte ich ein bisschen, wie gesagt, ich musste ihn zweimal gucken, damit ich mich nicht von diesem Lichtgewitter ablenken lassen muss. Thor ist immer noch so ein bisschen auf einer Selbstfindungsphase. Ich finde jetzt gerade, wenn man die ersten zwei Teile plus jetzt Disney sieht, hat jeweils jeder Film einen komplett anderen Ton, eine ganz andere Tonalität in der Stimmung vom Film her. Und wenn jetzt, und das wird jetzt, glaube ich, wieder so. Und dann noch mit krass kurzen Haaren, ne? Mit kurzen Haaren Thor, also, ja. Und dann natürlich wieder ein Kampf gegen, 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 gegen den Hulk. Ja, mal schauen. Also, der Hulk taucht auf, für alle die, die den Trailer noch nicht gesehen haben, haben jetzt gerade den Trailer schwer gespoilert. Ja. Ähm, ja. Das sind auch, ähm, sind das die zwei Marvel-Filme? Mhm. Das Jahr? Ich glaube, das Jahr gibt's nur zwei, ne? Nee, zwei, gut, Spider-Man. Spider-Man. Aber das, den seh ich momentan noch mit am schwächsten. Das wird Sony nicht freuen, aber ich, irgendwie hab ich das Gefühl, ne, brauche ich ihn momentan eigentlich nicht. Nee. Jo, okay. Hab ich, äh, seh ich genauso wie du. Machen wir einen Haken hinterher. Machen wir einen Haken ran. Also, Guardians, ähm, ist wieder, ja, eigentlich, was haben wir erwartet, ne? Eigentlich. Also, zwischendurch mal kurz einen Streckenmoment nach dem ersten Trailer. Ja, aber ansonsten hatte ich eigentlich, war ich immer guter Hoffnung und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Da könnt ihr locker reingehen. Genau, was eher lustig ist, dass sogar schon der Bösewicht für den dritten Teil angeteasert wird mit Adam, der dort gezüchtet wird im Abspann von der goldenen Frau. Äh, äh. Der in diesem Kasten, du bist so in diesem Brutkasten, genau. Und das soll wohl, das ist wohl ein bekannter Bösewicht. Stimmt, ich nenne ihn Adam, ja. Ähm, ja. Das ist wohl ein bekannter Bösewicht, wenn man die Comics kennt und der wird wohl. Das ist eine von drei After Credits. Ja, irgendwie ist ja der ganze Abspann-Credit-Szene, der ganze Abspann läuft irgendwas, also kann man sich gut angucken. Ähm, ja, also, und der, genau, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich die, der dritte Teil wird auch wieder von James Gunn realisiert. Also müssen wir uns da eigentlich meiner Meinung nach echt keine Sorgen mehr drum machen, das, das wird funktionieren. Ja. Genau. Okay. Da müsste er schon einiges falsch machen. Alrighty then. Dann Henrik, neben Guardians. Wo wir von, ähm, von Menschen mit Fähigkeiten, besonderen Fähigkeiten sprechen, da habe ich was nachgeholt, ähm. Oh, da bin ich gespannt, was du drüber sagst. Weil ich habe die UHD zu Hause liegen, ne, hab nur noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Du weißt, dass ich von die Insel der besonderen Kinder spreche, ähm, den ich jetzt nachgeholt habe, ähm, weil er an mir vorbeigelaufen ist und ich eigentlich ein großer Freund von Tim Burton bin. Ähm, ich bin irgendwie drüber gefallen, ähm, weil ich irgendwo gelesen habe, dass er sich über die, ähm, wo war das denn? Ich habe irgendeine, ich kann mich nicht mehr erinnern. Er hat ein bisschen, obwohl er ja in dieser Superhelden-Verfilmerei, zumindest mit Batman ja dann doch dabei war, hatte er sich so ein bisschen negativ über die Superhelden-Filmentwicklung der letzten Jahre geäußert, weil es ein bisschen, ähm, inflationär ist. Mhm. Und er ja tendenziell eher immer in so einer leicht verspielten Fantasy-Umgebung unterwegs ist und da hat er sich mit die, ähm, Insel der besonderen Kinder, ähm, auch wieder hinbegeben. Ähm, die Anknüpfung an diese Superhelden-Geschichte habe ich deshalb, weil diese besonderen Kinder eben alle auch über besondere Fähigkeiten verfügen. Jedes Einzelne über ihre eigene, auf ihre eigene Art. Ähm, der, es geht im Grunde drum, ähm, dass der, ich glaube 15 oder 16 ist der Jake, ein etwas, ähm, ja, gemobbter Einzelgänger, so ein bisschen Schwierigkeiten hat in seiner Umgebung, ähm, und viele Geschichten von seinem Großvater Abe erzählt bekommt, nämlich die Geschichte von einem Waisenhaus in Wales, ähm, in dem, ähm, in dem er, äh, da geht's um halt ein Waisenhaus, in dem besondere Kinder, ähm, äh, unterkommen und, ähm, die auch über besondere Fähigkeiten verfügen. Als der Großvater dann auf, äh, spektakuläre Weise umkommt, ähm, und, äh, Jake, äh, behauptet, er hätte Monster gesehen, ähm, ähm, ja, sorgt das dafür, dass er in psychologische Behandlung kommt und um diese ganze Geschichte zu verarbeiten, reist er eben mit seinem Vater nach Wales und sucht dieses Waisenhaus. Findet es auch, aber nur als Ruine, die in den letzten Kriegsjahren, ähm, des Zweiten Weltkriegs dann durch Fliegerbomben zerstört worden ist und, ähm, dabei ist er dann auch entsprechend enttäuscht. Stellt dann aber fest, dass, äh, die, ähm, dass die, dass das Waisenhaus sozusagen, also die Mrs. Peregrine gespielt von, ähm, Eva Green, ähm. Zizi Blank? Nö, diesmal nicht. Diesmal nicht. Nein, wir können keinen Brüstetitel für diese Folge, Mann. Kein Bubalarm. Der hat, äh, obwohl der Titel gar nicht so gut funktioniert hat wie andere, die wir benutzt haben, ne? Naja, auf jeden Fall. Ja, unser Publikum achtet ja auf Qualität und nicht auf Qualität. Ah, absolut. Außer es sind qualitative Titten. Ähm, ja. Zurück zu den Kindern. Zurück zu den Kindern. Ähm, die, die, ähm, die die Heimleitung ist in diesem, äh, in diesem Heim, die hat, ähm, eine Art Zeitschleife genau um einen Tag und zwar an diesem Tag in 1943 gelegt, in die immer wieder erleben, darin aber geschützt sind. Und der Bösewicht, gespielt von Samuel L. Jackson, der Baron, der übrigens genauso funktioniert, also so ähnlich versucht zu funktionieren wie die, ähm, wie die Samuel L. Jackson Figur in Kingsman. Ja, auch so überdreht, auch so überdreht, auch so, aber nicht so ganz klamaukig. Der versucht alle diese, ähm, alle diese Schleifen zu zerstören, um eben, ähm, für sich, äh, Vorteil daraus zu ziehen. Das brauchen wir jetzt gar nicht weiter zerlegen. Also, mithilfe der, ähm, mithilfe der Kinder und Jake, der dann Freundschaft schließt mit diesen Kindern, versuchen sie also, die Monster, die es tatsächlich gibt, und eben deren Anführer, den Baron, zu besiegen. Und damit, ähm, haben wir eigentlich die, äh, Geschichte ganz gut umschrieben. Was halte ich davon? Also, mir hat, mir hat's gut gefallen. Ähm, vor allem, weil er, ähm, nicht, also ich glaube, es ist einer von den wirklich guten Tim Burton Filmen. So, wenn man, ähm, er hat's zum Beispiel mit Alice im Wunderland ein bisschen übertrieben. Der war so drüber. Hier ist er jetzt zwar im Fantasy, hat aber durch diese, ähm, durch wirklich geschickte, diese Zeitsprünge, weil sie sich auch durch verschiedene dieser Schleifen bewegen. Sie sind mal in den 60ern, sie sind in den 40ern und das ist sehr geschickt gelöst. Und durch die Beziehung, die diese Kinder zueinander haben und durch die Tatsache, dass sie eben durch diese Art der Geschichtenerzählung und den Einsatz ihrer speziellen Fähigkeiten so eine Art Fantasy-Superhelden-Geschichte, ähm, liefern. Mhm. Natürlich bleibt es ein Tim Burton Film. Also, es ist, und man sieht dem Film die ganze Zeit an, dass er den gemacht hat. So, wie seine Filme eben aussehen. Aber eben in einem Maß, dass man, ähm, ja, ich weiß, dass Tim Burton bei vielen eben, äh, für viele nicht so das Richtige ist, weil er eben sehr verspielt ist, ähm, es sehr übertreibt. Viel zu bunt ist oft, was wir ja auch in Alice, ähm, gesehen haben. Was ja auch nicht so ganz gut funktioniert hat, auch für mich nicht. Ähm, aber hier, ähm, durch diese, durch diese, ich sag jetzt mal vorsichtig, Superhelden-Konstellation, ähm, durch die Art der Entzählung und vor allem dieses Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Zeiten funktioniert die Geschichte sehr gut. Und, ähm, mir hat's gut gefallen. Also, ich glaube, dass es einer von den besseren Tim Burtons ist aus der letzten Zeit. Also, ich mochte ihn. Okay, also, du meinst, äh, den kann ich mir doch ruhig angucken, weil ich hatte halt, der Trailer hat mir nicht wirklich, hat mich nicht so überzeugt. Der bewegte so 0815 wieder. Der Trailer war sehr seicht, ne? Ja. Da haben sie sich ein bisschen auf diese, ähm... Wirkt halt wie ein Kind dafür. Genau, auf die Emma konzentriert, diese, die, diese Luft, das Luftmädchen. Das, halt, in diesen Schuhen, ähm, äh, das dann halt schweben kann, weil sie leichter ist als Luft. Mhm, genau. Ähm, das wirkt ein bisschen sehr kinderfilmig, glaube ich. Das kann ich verstehen. Aber nein, es ist tatsächlich, ähm, ein Fantasy-Abenteuerfilm, den man gut gucken kann. Also, er kriegt tatsächlich deutlich mehr Pace, als man denkt. Und vor allem mit einem, mit relativ, äh, für, auch für Burton, ein, äh, ein relativ actionreiches Ende. Also, das Ganze, ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, dass du ihn gut gucken kannst. Ich, äh, werd's machen. Ich freu mich. Bis zur nächsten Folge. Apropos Pace und Action am Ende. Da komm ich schon direkt zu meinem Film-Film. Ähm, ja, wir müssen drüber reden. Auch wenn du's, äh, nicht gesehen hast, Logisch. Ich schreib, ich schreib den Titel, äh. Ich möchte dich trotzdem ein bisschen davon erzählen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil er mich dann doch, ähm, besser unterhalten hat, als ich befürchtet hätte. Sagen wir's mal so. Ich find ja auch immer so ganz lustig, dass der englische Titel eigentlich, äh, viel cooler ist, als der deutsche. Der Original-Titel heißt immer wieder The Fate of the Furious. Also, die bauen da immer ganz geschickt die Zahl ja ein. Und bei uns heißt es halt einfach Fast and Furious 8. Der achte Teil der Fast and Furious-Reihe. Ähm, Regie führt übrigens F. Gary Gray. Ja. Den kennen wir von so Wahnsinns-Burnern wie, wobei, den fand ich echt gut, Italian Job. Ja, der war okay. Be cool, Gesetz der Rache, Straight Outta Compton, hat er gemacht. Also, er hat auch schon ein paar nette, gerade Straight Outta Compton, ähm, hat ja 2015 doch schon, ähm, einiges abgeräumt. Aber, äh, das ist jetzt kein Qualitätsurteil zum Film an sich. Ähm, ja, worum geht's? Es geht darum, dass Dominic Toretto, gespielt von Vin Diesel, zusammen mit seiner Letty, gespielt von Michelle Rodriguez, auf Flitterwoche in Havanna sind. Und, äh, gerade dort in der ersten Szene in Havanna gibt's mal wieder so richtig klassisches Autorennen, wo, äh, Dom dann sich mit jemanden anlegt und sagt, hier, ich kann auch mit so einer Klappermühle gegen dich fahren, egal wie schnell der Wagen ist. Ja? Ja, hast du alle gesehen? Ich hab's sogar alle gesehen, ja. Aber ganz ehrlich, die ersten sind natürlich ewig her. Ich hab die nicht nochmal irgendwann gesehen. Den ersten hab ich damals ungefähr nach Release geguckt. Ja, den hab ich noch im Kino gesehen. Ja, ja. Und dann war's vorbei. Da bin ich gleich rausgekommen. Den ersten fand ich okay. Das war halt ein typischer Rennfilm, so wie man's halt kennt mit, mit, mit Paul Walker und Co. Aber der zweite war, war das zweite schon, Tokyo Drift? Also den Tokyo Drift fand ich am schlechtesten. Da bin ich dann erst eine Zeit lang ausgestiegen und bin dann eigentlich erst, glaub ich, zu vier, fünf oder so, hab ich dann die, die nochmal nachgeholt und bin dann halt drangeblieben. Okay. Ähm, wobei ich da schon immer gemerkt habe, dass das so ein bisschen natürlich immer ein bisschen übertriebener gewährt und gerade der siebte wirkte halt jetzt, gerade wenn ich jetzt den achten mir anschaue, war der siebte doch sehr zusammengeschnippelt. Man merkt das jetzt echt deutlich, weil der achte hat wirklich einen schönen Fluss, also wirklich, ähm. Ist so ein Film. Ja, ja. Ist ein Film, aber der, 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 der Flow oder der Fluss, ähm, der Story und so, das, das passt einfach. Und übrigens, ähm, Gary Gray und, äh, Italian Job, wer hat da auch mitgespielt? Na? Wer was? Wer was? Wer was? Wer was? Was? Nämlich Charlize Theron. Oh, richtig. Und die spielt ja diesmal auch mit, neben, ähm, wirklich Hochkaräter, muss man ja echt sagen, also neben Kurt Russell, der wieder Mr. Nobody spielt, der auch diesmal im Gegensatz zum siebten Teil, ne bessere Rolle hat, weil der ist auch der Schere zum Opfer gefallen vom siebten Teil, wo halt, ähm, der Kollege leider ja verstorben ist, der Paul Walker. Ähm, aber es spielt zum Beispiel auch Helen Mirren mit, was man so ja gar nicht im Vorfeld wusste. Und mich schon ein bisschen überrascht hat, wie ich Helen Mirren dort gesehen habe. Ähm, ansonsten im Trailer sieht man schon, also wie gesagt, die sind Havana, Autorennen und so weiter. Und dann wird Dom nämlich mit Charlize Theron als Cypher konfrontiert und sie hat ein gewisses Druckmittel gegen Dom, um ihn halt auf seine Seite zu ziehen und für ihn halt bestimmte böse Sachen zu machen und sich gegen seine, ich mach das jetzt in Anführungsstrichen, Familie halt stellen. Weil es war ja so aufgebaut, dass seine, äh, Tyrese Gibson und Co., dass es alles im Endeffekt ja so seine Familie ist und man hält zusammen und man geht zusammen durch dick und dünn. Ähm, da wir ja spoilern, kann ich ja auch jetzt sagen, worum es da geht. Er wird halt unter Druck gesetzt mit einem Sohn, den er hat, mit, äh, mit einer, mit einem Charakter, der auch vorher schon aufgetaucht ist. Und da kann ich dir jetzt aber gerade nicht mehr den Namen sagen, da muss ich jetzt gerade passen. Aber die tauchte auch schon vorher mal auf und die, die hat, glaube ich, auch mal was. Und wie gesagt, da ist ein Sohn entstanden, der ist aber wirklich noch im Babyalter. In Maxi Cosi wird er noch getragen. Ähm, und deswegen macht er das halt, damit seine, sein Baby oder sein Sohn wenigstens erhalten bleibt. Einmal muckt er ein bisschen auf, das wird sofort, äh, niedergestreckt und seine Ex-Freundin oder die Mutter von dem Kind wird einfach mal so erschossen. Ähm, dann, sehr coole Rolle, neben, ähm, Shalice Ron, der Helfer, ist der von Game of Thrones, der Wärtige. Der Wärtige, ja. Ich komm auf seinen Namen nicht, der hat aber auch wieder, wieder so eine coole Rolle, den, den mag ich einfach immer gerne sehen. Der guckt so grießgrämig rein und so, das, das passt richtig gut. Ähm, ansonsten, ähm, die Chemie, apropos Chemie, die richtig gut funktioniert, ist zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham. Wie die sich gegenseitig die Sprüche an den Kopf hauen, das ist eine wahre Freude. Also, das ist wirklich ein, äh, cool, cooles Duo und da hoffe ich, dass es auch in Zukunft mehr von den beiden gibt. Der Kollege heißt Chris, Christopher Hiviu. Christopher Hiviu, genau. Hiviu. Ja, wusste ich's doch, ja, richtig, der. Der ist, äh, Norweger. Ja, das passt. Merkt man sofort. Ja, das passt. Ähm, ja. Also, auf jeden Fall, die Story nimmt auch hier ein bisschen nachher, wird natürlich, geht ein bisschen hochgeschaut. Warum muss man so Autofreaks dann nachher einspannen, um die Welt zu retten, im Grunde, vorm dritten Weltkrieg. Aber das nehmen die selber so schon mit dem Augenzinker hin, dass sie sagen, ja, wir müssen halt dann jetzt nach dem Motto, wir müssen jetzt halt den dritten Weltkrieg verhindern. Wer denn wir, wenn, wer denn sonst, wenn nicht wir, sondern dem Motto. Also, und, ja, es ist so ein bisschen, genau. Es ist im Endeffekt mittlerweile wie so ein James-Bond-Team mit Autos, so ganz grob gesagt. Nur halt natürlich nicht ernst wie Bond, sondern mehr auf Humor gemacht. Aber wie gesagt, die Chemie gerade zwischen Statham und Johnson funktionieren super. Ansonsten, der Cast ist super, die, die Darstellung sind. Hier, ähm, die, da spielt noch eine von, wo ich gerade dabei bin, von Game of Thrones mit, die, von Khaleesi, die Helferin mit den schwarzen, ähm. Rasterhahn. Die spielt auch wieder mit, ähm, und Luke Evans spielt auch wieder mit, den kennt man ja vielleicht noch vom Hobbit. Nathalie Emanuel. Ja, die hat ja einen Namen, genau. Passend. Genau. Deswegen, also in der Summe war ich doch positiver überrascht, als ich gedacht habe. Ich habe den ja in Stuttgart gesehen, wer bei Facebook mir folgt, hat das vielleicht mitbekommen. Da war ich mal in Stuttgart im Cinemax und habe mir den dort reingezämmert. Die hatten auch wenigstens den Film schön laut. Also von, von der, und 4K, das war alles von der Quali her super. Ja. Und wie gesagt, waren, waren leichte Unterhaltungen, aber kann man sich echt gut angucken. Und, äh, hätte ich nicht gedacht im Vorfeld, weil ich echt nach dem Trailer dachte, oh Gott, nee, jetzt drehen sie da wieder was und so. Aber in der Summe ist das eine runde Sache. Und vor allem ein Leckerbissen ist wirklich, ähm, Jason Statham rettet nachher aus dem Flugzeug, weil die sind immer in so einem Flugzeug, die Cypher, rettet den kleinen Sohn von Tom mit Maxi-Cosi. Und die, er setzt ihm dann auch so Kopfhörer mit Musik auf, so lustige Musik irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann, er ballert sich dann immer durch und das Kind grinst nur oder wird dann immer weggedreht, damit es ist bloß, das Kind darf ja nichts sehen. Da ist Statham so cool, also, gerade wenn man bedenkt, dass er im Teil davor so als, wirklich eigentlich als Bösewicht aufgebaut worden ist, haben sie ihn jetzt wieder auch komplett gedreht und, ähm, ja. Also, Teil 8 ist besser als befürchtet und er hat ja auch schon wieder die Milliarde geknackt, also, das funktioniert ja auch. Also, die Leute rennen da rein. Ich glaube, in China hat er auch wieder alle Rekorde gebrochen oder, ja, sogar, ähm, der Rekord von Star Wars wurde gebrochen. Ich denke mal, dank China, weil in China Star Wars keinem was sagt oder wenig sagt. Ja, ich glaube, das funktioniert da etwas weniger gut, aber diese Fast and Furious-Geschichte geht da, glaube ich, richtig, äh, geht richtig ab da. Obwohl, wenn ich mich jetzt, ich bin gerade überlegen, obwohl jetzt auch kein groß, äh, groß chinesischer oder asiatischer Schauspieler mehr dabei ist, was ja vorher mal war, ne, mit dem, mit diesem Asiaten, der früher da im Team war. Aber, ja, es geht auf jeden Fall weiter, ähm, es gab wohl Differenzen zwischen Vin Diesel und Dwayne Johnson, die haben sich wohl so ein bisschen angekötet oder ich glaube, es gab sogar Beef über Twitter. Ähm, die haben sich aber wahrscheinlich durch die guten Einspielergebnisse ganz schnell wieder vertragen und, äh, auch Dwayne Johnson wird in Teil 9 und 10 wieder dabei sein. Teil 9, schon mal für alle Kalenderzücken, April 2019 und, äh, Teil 10, April 2021. Also, wie gesagt, ähm, da geht was. Du musst es nicht gucken. Tue ich auch nicht. Musst du auch nicht, aber er ist echt nicht so schlimm wie sein Ruf. Also, Teil 8 war echt gut. Ne? Ja. Scheiße und 1000 fliegen, ja, können die, also, für mich ist nur diese ganze Rekordgeschichte, das reicht mir einfach irgendwie alles nicht. Wenn es gut funktioniert, bitte, ähm, sie sollen ja gerne, sollen ja alle Geld damit verdienen, aber irgendwas, irgendwie, irgendwie. verfängt es nicht. Aber mal ganz ehrlich, ähm, er ist ja auch erfolgreich, er ist, er ist extrem erfolgreich und, äh, knackt halt diese Rekorde und das macht ja kein Film, wenn er überhaupt nichts kann. Absolut, ne? Ne, ohne Zweifel. Deswegen, also, das dachte ich ja auch immer, also, gerade auch nach 7 dachte ich mir, hm, sehr unrund, da war was, war wahrscheinlich das ganze Thema auch ein bisschen die Geschichte mit. Ja, irgendwie geht er gerade, fährt er gerade hoch, keine Ahnung, ähm, sei es drum, guckt ihn euch gerne noch an, wenn er noch im Kino läuft, ansonsten auf Blu-ray, er ist besser als sein Ruf, Punkt. Das, äh, nehmen wir jetzt mal genau so hin. Das akzeptierst du so, ja? Ich akzeptiere das. Ohne Einschränkung. Das freut mich. Ohne Einschränkung. So, äh, genau, eine Frage hätte ich dann noch. Bitte. Du sagtest vorhin, du hättest auch mal, welche Teile, ach, nur den ersten, ich hab nur den ersten, okay, okay. Da hab ich rausgefallen und dann war's das. Ja, okay, weil da gab's dann doch, wie auch gerade Teil 4, wo Vin Diesel zurückkam, ähm, die wurden dann doch schon, also waren dann auch wirklich qualitativ besser als 2 und 3 waren echt schon mies. Ja. Und eins war halt ein typischer Underground-Rennfilm. Oder nennt man es so? Ja, bitte, kann man so nennen. Okay. So sei es denn, so sei es denn. Hast du noch einen? Äh, wie soll man noch einen? Jo, einen können wir noch, wa? Hau einen raus. Einen können wir noch. Ich hab noch einen. Den hab ich auch noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nee, wenn das da steht. Guck mal, was ist, haben wir großartig. Ähm, ich habe die Tage wieder von meiner Liste, also auch einen Nachholfilm, den ich mir jetzt rausgesucht habe für heute. Wir wollten's ja nicht so lange machen, deswegen hab ich eben, weil wir ja Guardians noch hatten, hab ich noch 2 draufgeschrieben. Ähm, und zwar habe ich The Accountant geguckt. Ähm, der ist, äh, in 2016, ich weiß gar nicht, wann ist denn der bei uns gestartet? War das der Ben Affleck? Das war der Ben Affleck. Okay. Ja, ich glaub letztes Jahr. Äh, ja, ja. Es ist ein 2016-Film, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann der bei uns gelaufen ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Also, ich würd jetzt auch sagen, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, aber... Ich muss mal eben, vielleicht krieg ich das ja raus. Wissen tue ich's auch nicht. Vielleicht krieg ich das ja so schnell raus. Macht aber gar nichts, erst mal, der ist, äh, im Oktober 2016 gestartet. Guck mal, ganz schön lange her. Du hast ihn auf Konserve jetzt. Ich hab ihn konserviert, gut gesehen. Ähm, wie gesagt, Oktober 2016, Gavin O'Connor hat, ähm, den Film, äh, inszeniert in der Hauptrolle Ben Affleck, ähm, unter anderem auch noch besetzt, ähm, sehr, wie ich finde, sehr hochkarätig mit Anna Kendrick, J.K. Simmons, ähm, in einer Rolle, ähm, John Burtel, ähm, äh, Punisher, ähm, in einer Rolle, John Litko, ähm, also, an sich erst mal, ähm, eine ganz vielversprechende Besetzung. Mich hat damals der, ich glaube, beim Trailer, der hat mich nicht so gepackt, ähm, das war so ein bisschen, ähm, ja, schwierig und glaube, deshalb bin ich auch im Kino dann nicht drin gewesen. Ähm, im Nachhinein muss ich sagen, schade, hätte ich damals bestimmt auch schon ganz gut gefunden. Es geht darum, dass Christian Wolf, ähm, gespielt von Ben Affleck, ist ein Autist. Dieser Autist, ähm, hat ein großes Fable für Zahlen, ähm, dieser ganze Autismus, äh, Geschichte ist ja inzwischen Zeit irgendwie auch ein anerkanntes Stilmittel in, in Hollywood, um Spezialbegabungen in irgendeiner Weise zu erklären. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, spielt ja dann immer keine Rolle, Hauptsache man hat ein Vehikel für besondere Charaktereigenschaften und so weiter. Und genau so ist es auch in diesem Fall. Ähm, Christian Wolf ist, ähm, eigentlich ein, ähm. Du musst ja immer an Christian Wulff denken. Ja, stimmt. An den Politiker. Ja. Ähm, in diesem Fall ist der Bezug aber ein anderer. Ich hoffe. Zu einem berühmten Mathematiker. Ähm, er benutzt Decknamen, die immer angelehnt sind an berühmte Mathematiker. Er betreibt einen, also in der, die eigentliche Teil der Geschichte ist, äh, die Tatsache, dass er ein kleines Steuerbüro betreibt, ähm, irgendwo in der Nähe von Chicago. Alles ganz bieder, alles ganz, äh, entspannt in irgendeiner Ladenzeile. Hat so ein bisschen was wie Better Call Saul, so im Büro hinter einem Waschsalon, weißt du, so nach diesem Muster. Ähm, in Wahrheit ist er allerdings einer der besten Buchhalter der Welt und wird von vielen kriminellen Organisationen dazu genutzt und bezahlt dafür, dass sie, dass er die Bücher, ähm, so frisiert, dass er maximal Geld fließt, ähm, und vor allem ordentlich gewaschen und verdient da wohl auch ganz ordentlich mit. Und, äh, zum Scheinen, damit das alles auch mal irgendwie, ähm, eine legale Note bekommt, ähm, lässt er sich von einem Unternehmen anheuern, um eine Fehlsumme, also ein ganz normales, ein ganz normaler Industriekonzern, um eine Fehlsumme in der Bilanz aufzuspüren. Und dabei tritt er natürlich, äh, genau in das entsprechende Nest. Parallel dazu wird er verfolgt, inzwischen Zeit von der Bundesfinanzbehörde. Ein führender Agent dieser, ähm, Behörde, ähm, Ray King, gespielt von J.K. Simmons, ist ihm auf den Fersen. Und der heuert die Marybeth Medina als, ähm, als in Anführungszeichen Spezialagentin an, um eben im Auftrag von King den, ähm, Wolf aufzuspüren. Mhm. Parallel dazu stellt sich raus, dass der gute Wolf über Spezialkampffähigkeiten, ähm, verfügt, das ihn durch den Film treibt, auch in einigen Actionsequenzen, die mich doch stark an, äh, sowas wie John Wick erinnert haben, ähm, die auch wirklich ähnlich funktionieren. Und das war auch so ein bisschen das Gefühl, das sich dann für mich durch den Rest des Films gezogen hat. Im Prinzip ein etwas kauziger Typ, der eine ganz besondere Vorstellung von Moral und anderen Dingen hat, eben immer auch, ähm, in Bezug auf seine, auf seinen Autismus, der dann eben gemeinsam mit Anna Kendrick, die eine Angestellte von diesem Unternehmen ist, ähm, versucht, äh, das Schlimmste zu verhindern. Am Ende stehen beide auf der Todesliste. Es gibt ein oder zwei ganz schicke Story-Twists, die einen so ein bisschen, ähm, vorwärts bringen. Den letzten, ja, den verrate ich jetzt mal nicht. Der, ja, der ist, der wird tatsächlich schade, auch wenn wir spoilern. Ähm, aber der, der zweite, also später stellt sich raus, dass Ray King tatsächlich, ähm, tatsächlich nicht genau wusste, wer Wolf ist, aber tatsächlich, ähm, äh, in dieser Organisation eine Rolle spielt, ähm, in gewisser Weise, ähm, so ein bisschen im Hintergrund, äh, informiert wird. Und, ähm, am Ende in einem großen Showdown, ähm, ja, gibt's viele Tote und, ähm, das zu erwartende Ende. Insgesamt gefällt mir The Accountant an sich ganz gut, obwohl die zweite Hälfte so ein bisschen, obwohl sie die Action-lastiger ist, ähm, stellenweise so, dann irgendwie an Glaubwürdigkeit verliert. Also da sind auch, trotz der Twist, ähm, sind so ein bisschen schwierig, K, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, ähm, ja, bin ich so, ja, wie ich immer sage, bin ich zwischendurch beinahe mal rausgefallen, wo du so, wenn du so Stellen hast, wo du sagst, echt jetzt, ernsthaft, ihr macht es euch so einfach, ähm, dann ist das so ein bisschen schwierig. Dazu kommt, dass einige Figuren, wie diese Meredith Medina, die hätte es überhaupt nicht gebraucht eigentlich. Also die war, ähm, mal abgesehen davon, dass sie jetzt nicht, ähm, dass sie jetzt nicht unansehnlich ist, ist eigentlich, bis auf die Tatsache, dass sie so, ähm, ja, so MacGavin-mäßig, äh, die, die, ähm, ähm, also, ja, hier und da mal ein Fitzelchen findet, um die, um die Geschichte ein bisschen weiter zu, zu treiben, ähm, hat's die eigentlich nicht gebraucht. Ähm, J.K. Simmons ist immer, äh, ein, ein Garant für schön gespielte Szenen, obwohl die Rolle dann sich als kleiner herausstellt, tatsächlich, als ich gehofft hatte, so nach hinten raus, wie gesagt, obwohl er dann tatsächlich nochmal, ähm, in einen dieser Twists, äh, eingebunden ist, was mir gut gefällt. Im Hintergrund, ähm, gibt es eine Frauenstimme, mit der auch der Ben Affleck immer telefoniert, die sozusagen der, die Marionettenspieler im Hintergrund ist. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr draus macht. Wir kriegen gar nicht mit, wer das ist. Wir wissen nicht, wer und aus welchem Hintergrund das ist. Vielleicht ist es was für einen zweiten Teil, auch John Wick-mäßig. Ähm, ja, also, die, die Action ist ganz gut eingebettet, hatten, wie gesagt, hatten ein bisschen was, äh, von John Wick. Ähm, diese Autismusgeschichte, ich weiß nicht, ob es die gebraucht hätte, ähm, ich hab irgendwo gelesen, das Drehbuch stand auch lange irgendwie auf so, auf der Blacklist von, ähm, gutes Buch, aber unverfilmbar. Ähm, ja, das, äh, taucht ja häufiger mal auf. Ja, und, ähm, der, Gavin O'Connor hat, ja, hat zumindest einen ordentlichen Actionfilm abgeliefert, der unterm Strich, ähm, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten ganz gut funktioniert hat. Ähm, deswegen, wie gesagt, bin ich etwas hin und her gerissen. Ich hätte ihn mir im Kino angucken können, wäre dann vielleicht enttäuscht gewesen. So hab ich ihn jetzt nachgeholt, hab an einem Abend einen ganz ordentlichen Film und du weißt, dass ich auch von Ben Affleck als Schauspieler nicht so super begeistert war zu allen Gelegenheiten. Hier passt es gut, hat mir gut gefallen. Die Gesamtbesetzung war okay, ähm, Anna Kendrick, ähm... Geht immer. Geht immer, sollte aber besser singen als, ähm... Schauspieler? Als ernsthaft, ähm, Rollen, aber okay, funktioniert, wie gesagt, einigermaßen, ähm, kann man machen, würde ich sagen. Okay. Absolut, aber auf Konserve reicht das völlig. Aber dann ist es gute Unterhaltung. Okay, also hatte ich sogar, wenn man die beiden mal vergleicht, hat dir sogar der, äh, der Burton sogar... Ja, hat mir sogar besser gefallen. Besser gefallen, ja. Okay, das ist mal eine Ansage. Äh, ja, apropos John Wick, äh, ich hatte auch John Wick 2 in der Zwischenzeit gesehen, hattest du den gesehen? Habe ich auch gesehen. Ja, und? Ja. Bigger, better, härter. Ja, mehr vom selben, ne? Ja, das stimmt. Nur ein bisschen größer. Ähm, das stimmt schon. Also, die, den Teil, den sie quasi eins zu eins übernommen haben, hat mir gut gefallen. Das Bigger war stellenweise ein bisschen viel, ähm, am Ende haben wir aber einen John Wick bekommen, ne? Ja, ja. Ja, absolut. Oh, Zweifel. Ich mag, äh, mag das, das gefällt mir. Ja, und der hat ja wohl offensichtlich da auch jetzt, äh, was gefunden, wo, wo, wo Keanu Reeves sich dran festhalten kann. Ja, ist halt die Action von Matrix noch, äh, brutaler, nur ohne Matrix, so ein bisschen so die, gerade die Choreos und so. Und immer zwei Schuss pro Opfer, ja. Hast du Sense8 schon gesehen? Nein. Okay. Da, ähm, kleiner Teaser, da haben der Daniel und ich auch eine Kritik zu aufgenommen, die kommt auch in den nächsten Tagen, kommt die online. Muss gesagt werden. Sense8, zweite Staffel kommt jetzt bei Netflix. Äh, äh, das ist über Sense8, können wir gerne reden. Ja, achso, in der ersten Staffel hast du gesehen, oder? Nein, ich hab mal reingeguckt, aber. Okay. Ähm. Wir können das, wenn wir, wenn wir die zweite Staffel gesehen haben, machen wir mal wieder ein Thema draus. Apropos, da hatte ich noch was, genau, John Wick, es kommt ja bald auch die weibliche John Wick. Wie hat dir denn der Trailer gefallen zu Atomic Blonde? Da, da wollte ich vorhin, wo du Charlize Theron gesagt hast. Genau, hast du nämlich auch. Wollte ich da nochmal, wollte ich da nochmal hin, reingrätschen. Ja. Ähm, da wollte ich Atomic Blonde tatsächlich kurz erwähnt haben. Und ich glaube, das kann was. Ja, es spielt Till Schweiger mit, das kann nur gut werden. Ich, äh, an der Stelle würde ich, äh, das nicht daran festmachen wollen, aber ich glaube, was, also der Trailer, ähm, hat, äh, hat jetzt doch nicht so wenig Spaß gemacht. Ja, und jetzt, mal ehrlich, James McAvoy, John Goodman, Charlize Theron, das ist schon cool. Und, äh, da hilft auch, äh, da, 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 da schadet auch Till Schweiger nicht. Man kann auch Till Schweiger nichts. Er spielt ja auch in Berlin, der, im Jahre 89, gerade so zum, glaube ich, äh, zum Fall der Berliner Mauer. Von daher, mal gucken, was Till, da spielt Till Schweiger ja die Mauer, man weiß es nicht. Wenn, wenn Kurt Russell ein Planeten spielen kann, dann reicht es für Till Schweiger noch soeben zum Mauer spielen. Und ich glaube, dass, ähm, auch dieses, dieses 80s Spionage-Ding, was der Trailer schon versprüht, ich glaube, das hat Atmosphäre, mit der wir was anfangen können. Ja, mal schauen, ob es was wird, also, wenn ich hier die ersten Kritiken sehe, sind die so im Mittelmaß, aber okay, ist ein Special Interest, der kommt am, äh, 12. März ist er, glaube ich, nee, am 28. Juli. Ja. Also irgendwann im Sommer kommt er. Okay, Sommerfilm. Ja, das passt. Ja, ich glaube, da, ich, also, ich freue mich drauf. Ich auch, ja, kann man machen. Ja, und Charlize Theron geht auch immer. Ja. Ähm, apropos freuen, wie gesagt, im Mai freuen wir uns auf jeden Fall noch auf Fluch der Karibik und dann kommt auch schon. Da haben wir dann nächste Folge, ne? Genau, und dann kommt auch schon irgendwann bald, dann irgendwann im Sommer Dunkirk, da freue ich mich ja auch schon drauf. Und da werden wir uns dann spätestens wieder hören, ich denke, also nicht zu Dunkirk, sondern zur Fluch der Karibik, ähm, da werden wir sicherlich auch mal drüber sprechen, ähm, die Star Trek-Serie hat sich ja weiter verschoben, sollte eigentlich im Mai kommen, sonst hätten wir da sicherlich mal was mit Marco nochmal aufgenommen. Ähm, genau, nächste Folge können wir ja auch wieder einen Gast dann begrüßen, vielleicht. Müssen wir mal gucken, genau. Wir schauen mal, was wir so auf die Beine stellen. Wir nehmen wieder Fahrt auf jetzt. So ist es. Ja, in diesem Sinne, ähm, von meiner Seite ist es das dann erstmal gewesen. Ja, ich glaube, ich habe, ich glaube so als. Hast du Feedback? Als, ähm, ich würde, wir haben, wir haben ja jede Menge Feedback bekommen, ähm, mit zuallererst erstmal. Bitte hört auf, bitte hört auf. Maximal, lasst es endlich bleiben. Gut, dass ihr weg seid. Ja. Gut, dass ihr weg seid. Wir wollen euch nicht mehr. Und dann nach Bart kommt. Ja, habt ihr jetzt davon. So, habt ihr jetzt davon. Jetzt erst recht, als ich das gelesen habe. Nein, ähm, viele haben gefragt, äh, wo wir denn bleiben. Ja, habt ihr jetzt davon, da sind wir. Jetzt habt ihr den Salat. Ähm, es hat viele sehr nette Kommentare gegeben. Die machen wir jetzt nicht im Einzelnen, ähm, aus zwei Gründen. Erstens, weil es tatsächlich viele sind und zweitens, weil ich, ähm, meinen Show-Note-Eintrag nicht wiederfinde, wo ich mir die markiert habe. Aber wir haben sehr nettes Feedback bekommen. Und vor allem, ähm, ging das nochmal, ähm, sehr positiv in die Höhe, als wir unsere Rückkehr angekündigt haben. Ja. Was wir allerdings an dieser Stelle nicht versäumen dürfen, ist dann auch, obwohl ich es schon mal geschrieben habe, da dann aber relativ allgemein, dann, ähm, auch nochmal die Begrüßung unserer neuen, unseren neuen Patrioten. Ja, vielleicht generell mal den, wir haben mittlerweile zehn Patronen. Patrone. Äh, das freut uns wirklich sehr. Wir haben Patronen. Dass ihr uns da wirklich auch finanziell unter die Arme greift. Ja, das, äh, hilft uns, hilft uns wirklich sehr. Ja, wir wollen uns an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, Christian, äh, Stefan, Georg, um nur die allerletzten zu nennen. Das, äh, freut uns sehr, vor allem deshalb habe ich das an dieser Stelle extra angebracht, weil das die neuen Patrioten sind, die... Patrioten? Patrioten. Ja, sowas ähnliches. Die Patronen. Patronen. Der Patronus. Ähm, die zu uns gestoßen sind in der Zeit, in der wir nicht veröffentlicht haben. Was? Ihr seid verrückt. Ihr seid total verrückt. Also auch an euch nochmal herzlichen Dank und, ähm, ja, seid begrüßt in der Schar derer. Ähm, und, äh, von mir auch nochmal Asche auf mein Haupt und schöne Grüße auch an, ähm, die Franka. Ich, äh, falls du es hörst, ich glaube nicht, ne, ich glaube nicht, dass die uns regeln. Wir sind schon mal gar nicht in letzter Zeit. Franka, meinst du nicht? Ah, und wenn, dann grüße ich sie recht herzlich. Ich melde mich bei dir. Ich habe da, ähm, Abbitte zu leisten. Das geht voll auf meine Kappe. Das, äh, sei hier schon mal angekündigt. Ähm, wie gesagt, herzlichen Dank an euch. Ähm, der Rest ist wie üblich. Das Selbstbeweihräuchern, ähm, und die Bitte um Unterstützung bei der Verbreitung. Nicht unbedingt finanziell, sondern hauptsächlich bei der Verbreitung unseres kleinen Formats hier bei iTunes, ähm, bei YouTube, haben wir eben schon mal gesagt und so weiter. Auch mithilfe von Kommentaren und Daumen und so weiter. Das Übliche an der Stelle. Mhm. Ja. Wunderbar. Ich, äh, denke. Es dürfen auch gerne mehr werden. Ja. Sowieso. Spread the word. Wir sagen nicht Nein zu Hörern. Auf gar keinen Fall. Übrigens, äh, kleiner, äh, Side, äh, Hinweis, äh, nebenbei. Der liebe Marco wird jetzt sogar im, äh, Chat-Duell antreten. So ähnlich, äh, wie ich das schon machen durfte. Ähm, da wollen wir mal gucken, ob der auch so gut abschneidet, ne? Ja, ja. Da muss, äh. Und vor allem, ähm, warte mal, das sind auf jeden Fall zwei, ich weiß gar nicht, wer der dritte ist. Nino, der bei uns zu Gast war, Marco, der bei uns zu Gast war, und ich weiß noch, irgendein dritter ist noch mit dabei. Ich glaub, einer. Abstauber. Äh, nee, hier, ähm, ähm, äh, der Döler von Sega, der ist natürlich noch nicht bei uns im Podcast. Dann müssen wir den noch haben. Ja, aber der hat ja nichts mit Filmen. Das macht ja nichts, dann machen wir mal eine Spiele-Sendung. Ähm, okay. Wir können mal eine Spiele. Wir können mal, weißt du das? Was haltet ihr davon? Wir machen mal eine Spiele. Sagt uns doch mal, genau, schreibt mal Kommentare, dass wir mal eine Spiele, Klammer, auf, vielleicht Retro-Game-Folge machen. Ja. Da fallen mir sogar Gäste zu ein. Verrückt. Ja, so als Sonder-Folge mal, ähm, vielleicht. Eine Gaming-Folge. Genau. Wer ne. Der Gaming-Cast. Aber nur, wenn ihr Bock da habt. Ja, sagt uns mal, ob ihr. Da bräuchten wir wirklich Feedback. Wenn da jetzt wirklich keiner was sagt oder so, dann brauchen wir uns gar nicht die Mühe machen, uns da die, die Stars einzuladen. Die Verbindung hätten wir ja zur Games-Branche. Aber, ähm, ja, bin ich gespannt. Dann, ähm, haben wir grad noch eine spontane Idee gehabt. Guck mal. Sag doch mal Bescheid. Also, wie gesagt, dazu brauchen wir wirklich, ähm, eure Zustimmung, weil nur so für Spaß. Na, das ist so ein bisschen branchenfremd. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir... Aber ich muss mein Retro-Preis noch ausprobieren. Genau, darüber reden wir dann auch. Ja. Ich über meine Switch und dann sind wir alle glücklich. So, so machen wir das. So ist es. Du, weißt du was? Ich glaube... Ja, ich höre schon die Musik. Der, ähm... Da ist sie. Ich glaube, der, dieser Cinecast, ähm, könnte langsam aber nicht ja zu Ende gehen. Es war mir wieder eine große Freude und an dieser Stelle knüpfen wir an mit der nächsten Folge dann, ja, in vier Wochen. Genau. Einzeneastischen Mai. Bis dann. Tschüss. Oh, ganz schön. Vielen Dank.